Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 359. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Meister der Sprichwörter, der Herr Marvin. Gude, hallo und grüß Sie miteinander. Wow, was ist mit mir los? Ich weiß auch nicht, was war gerade eben in deinem Essen? Ich weiß nicht, also ganz, ganz merkwürdige Dinge. Ja, ja, das ist sehr merkwürdig. Dann haben wir außerdem mit dabei den Meister der Öko-Tipps, den Herrn Dennis. Ja, servus, hallo. Und eigentlich war die Hoffnung, dass wir hier auch noch das Orakel Basti mit dabei haben, aber der ist leider noch anderweitig zugegen, wird aber vielleicht des Späteren noch vorbeischauen und vielleicht kriegen wir auch noch den ein oder anderen Gast heute in die Leitung. Mal sehen, mal sehen. Wir haben heute wieder ein volles, volles, volles Programm und wollen einiges an Spielen besprechen und natürlich auch diese ganze Bastost-Transfer-Thematik. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir auch direkt zum Anfang der noch sehr jungfräulichen oder sehr jungen Saison noch Danke sagen. Und zwar Danke an all diejenigen, die uns hier Woche für Woche, Monat für Monat unterstützen mit Feedback, mit Kommentaren, mit Spenden. Wir sind ein rein spendenbasiertes Medium. Wir haben keine Sponsoren, sondern wir versuchen uns rein dadurch zu finanzieren, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns hier Monat für Monat gibt. Und da helfen auch schon kleine Beträge. Unseren Euro im Monat hilft uns enorm, tut euch aber nicht weh. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen und euch auch etwas zurückgeben. Wir haben nämlich von der Agentur, die das Eintracht-Saisonbuch der Saison 2018, 2019 mit dem Titel Ein Jahr zum Verlieben für die Eintracht produziert hat, zwei Exemplare zur Verfügung gestellt bekommen und die möchten wir verlosen an all unsere Hörer oder unter all unseren Hörern. So ist korrekt. Und wie ihr das oder an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt, das erfahrt ihr am Ende der Sendung. Also es lohnt sich hier den ganzen Spaß bis zum Ende durchzuhören. Erstens macht es euch glücklich und zweitens könnt ihr am Ende vielleicht noch was gewinnen. Ordentlicher Cliffhanger würde ich sagen. Ordentlicher Cliffhanger, korrekt. Cliffhanger, damit kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema, nämlich dem Thema der Transfers. Und da steht ganz oben auf der Liste der Herr Dost. Ich mache jetzt hier keine Referenzen auf Titel von Das Bo aus dem Jahre 2000. Das handelt, da handele ich mir nur wieder Ärger mit ein, wenn ich sowas mache. Das war so dein 40. Geburtstag, naja. Bitte? Die Verbindung ist so schlecht. Ja, 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 jetzt hier nicht rausreden wollen. Nicht rausreden wollen. So, genau, der Herr Dost steht da auf dieser Transferliste und es sah auch irgendwie alles schon ganz gut aus. Auch heutigen Artikeln in einschlägigen Fußballmedien konnte man entnehmen, dass da jetzt so ein bisschen Sand ins Getriebe reingekommen ist. Weil der Spieler hatte angekündigt, er hat sich darauf verständigt, er möchte zur Eintracht wechseln. Über seinen Berater hat er das seinem aktuellen Verein Sporting mitteilen lassen. Man hat, die beiden Vereine haben sich wohl auch auf eine Ablösesumme so rund irgendwie acht, neun Millionen irgendwie geeinigt. Und jetzt heißt es angeblich, dass da jetzt nochmal irgendwie Nachforderungen des Spielers oder des Beraters gestellt wurden, was das Ganze jetzt so ein bisschen für uns zur Hängepartie macht. Weil wir hätten bis, ich glaube, morgen 18 Uhr noch die Chance, Spieler für das Spiel am Donnerstag nachzunominieren. Das war ja so ein bisschen die Hoffnung. Ja, also... Schon eine seltsame Situation, ja. Du hast ja gut zusammengefasst. Ich muss sagen, ich finde das alles relativ nervig. Nervig? Also nervig insofern, als dass ich das Gefühl habe, dass erneut ein Berater das Ganze, wie soll ich sagen, das Ganze ein Stück weit torpediert. Also wir haben ja in der letzten Zeit auch relativ regelmäßig festgestellt, dass viele Berater möglichst viel an Transfers mitverdienen. Auch wenn ihr, wie soll ich sagen, ihr Verdienst ungefähr so ist, wie wenn ein Frankfurten Makler einfach die Tür aufschließt und irgendwie Leuten mit einer Sekunde irgendwie eine Wohnung zeigt und dann irgendwie zehn Prozent des Alers, beziehungsweise der Summe dann dafür haben möchte. Und so ist es ja bei vielen auch, gerade wenn gute Spieler transferiert werden sollen. Ich glaube, hier geht es um reine Bereicherungsabsichten des Beraters. Ich glaube aber auch trotzdem, dass das alles viel zu hoch gekocht wird. Ja, natürlich ist es jetzt ein Stocken geraten, weil jetzt hier einer mal einen Mäcki macht. Aber Verein und die beiden Vereine haben sich ja soweit schon geeinigt. Es hängt da nur noch an dem Berater. Und ich glaube, da müssen wir auf Zeit spielen. Und wenn er merkt, okay, jetzt kann ich ihn gar nicht veräußern. Ey, im Zweifel warten wir halt bis 30. oder bis 31. beziehungsweise bis zum Ende des Transferfinsters. Und wenn er dann denkt, scheiße, ich bekomme meinen Spieler nicht los, weil jeder hat sich geeinigt, bis auf die Tatsache, dass das mein Deal irgendwie noch behindert, dann wird er auch einknicken. Es ist ärgerlich, weil wir hätten ihn ganz gerne früher haben wollen. Und das wäre natürlich sinnvoll gewesen, weil auch Rassingen wird schwierig. Wir werden nachher noch über Rassingen ausführlich sprechen. Ist halt mega kacke. Ich glaube aber, dass Bobic das Heft des Handelns hier auf jeden Fall in der Hand hat. Und ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen Vertrauen haben. Es wird ein bisschen noch zu hoch gekocht und es nervt halt nur. Also ich bin an der Stelle dahingehend auch so ein Stück weit entspannt, weil ich mir, und das habe ich heute, als ich über dieses Thema intensiv nachgedacht habe und mal so überlegt habe, wie ich da jetzt gerade mit dieser Information umgehe, vor ein paar Jahren hätte mich das Ding noch irgendwie total nervös gemacht. Aber ich bin an der Stelle so weitgehend entspannt, dass ich davon ausgehe oder mir sehr sicher bin, wie du schon sagst, dass Bobic und alle, die da am Agieren sind, das Heft des Handelns in der Hand haben und dass dieser Transfer stattfinden wird. Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum. Das Einzige ist halt jetzt wirklich nur dieser Zeitpunkt und eben eine Möglichkeit, die uns einfach helfen würde in diesem Spiel am Donnerstag. Das ist so das, was mich jetzt ärgert. Aber ich habe jetzt keinerlei Nervosität, dass das Ding jetzt irgendwie in Gänze den Bach runtergehen könnte. Es nervt mich aber schon. Also ich muss wirklich sagen, mich nervt es schon massiv, weil nach den Aussagen, die ja so kamen, geht es ja um pro Saison 500.000 Euro, die wohl der Berater haben will von Sporting eigentlich dann, die er wohl bekommt, wenn der Spieler bei Sporting spielt. Die würde er jetzt folglich nicht mehr bekommen, heißt eine Million Differenz. Und Sporting hat ja im Endeffekt, warum? Ich hatte so ein bisschen auch gelesen gehabt, dass ja Sporting eigentlich den Transfer auch nur macht, um eben ein paar Euro zu verdienen, in Anführungszeichen Nottransfer. Neun Millionen, angeblich waren ja mal 20 Millionen im Gespräch. Also Leute, was habt ihr geraucht? Krasse Nummer. Neun Millionen finde ich schon heftig. Jetzt ist es natürlich für mich an der Stelle ein bisschen nervig, weil es wahrscheinlich darauf rauswerfen wird, wenn wir den Spieler haben wollen, werden wir wohl auch diese Gebühr dann entrichten, einfach um das Ding jetzt auch mal zum Laufen zu bringen. Gehe ich zumindest von aus, weil wir haben natürlich hier auch einen Spieler, wahrscheinlich wären wir bei Bas Dost nicht gelandet, wenn unsere erste, zweite, dritte Option gezogen hat. Jetzt ist es langsam doch so, dass man sagen muss, okay, du willst den Spieler haben, sollst dann wirklich in Zeiten, wo 500.000 Euro so ungefähr gar nicht sind, sollst dann wirklich an so einer Summe scheitern. Und anscheinend scheint ja Sporting relativ strikt mit der ganzen Situation umzugehen, sowieso mit dem Berater ein bisschen Trouble zu haben. Also schwierig. Ärgert mich einfach, dieselben Gründe natürlich, wie ihr sagt, es geht nicht voran und ich hätte jetzt gerne den Spieler jetzt schon gehabt. Auf der anderen Seite, es ärgert mich auch, weil wieder so eine Machtposition ausgespielt wird, auch wir natürlich jetzt hier in der Situation sind, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass wir einfach dann so einen Kompromiss eingehen und sagen, komm, scheiß drauf, legen wir eben nochmal oder machen halbe, halbe und gut ist. Dann machst du dann vielleicht irgendwie halbe, halbe. Aber mich hat gerade so ein bisschen deine Aussage irritiert, dass du sagst, dass unsere ersten Transfers nicht gezündet haben und wir deswegen am Ende jetzt bei Bas Dost gelandet sind. Das würde ich jetzt so interpretieren, dass er für dich jetzt keine wirkliche Weiterentwicklung für den Kader in dem Sinne jetzt für diese Saison ist. Dann kam es ein bisschen blöd rüber. Ich denke, es ist definitiv von den Auswahl an Spielern, die wir hatten oder die wahrscheinlich auf dem Zettel der Verantwortlichen standen. Bas Dost nicht an oberster Priorität stand, sondern im Endeffekt da ein bisschen weiter hinten. Du hast wahrscheinlich jetzt abgearbeitet. Wir haben ja damals auch schon drüber gesprochen, welche Positionen müssen abgearbeitet werden. Hatten ja dann im Endeffekt Hinterecke, hatten Trab und so weiter. Haben natürlich wahrscheinlich auch währenddessen nach einem Stürmer hoffentlich intensiv gesucht und werden da auch schon den einen oder anderen abgeklopft haben. Jetzt finde ich, Bas Dost ist jemand, der zwar ins Profil passen kann, wenn er wirklich an seine Leistung anknüpfen könnte, er zeitweise gezeigt hat. Aber wir erinnern uns an die Zeit in Wolfsburg, was finde ich wirklich super erfolgreich. Also zumindest ich habe ihn nicht mehr in Erinnerung als der absolute Oberknipser. Und wenn du jetzt siehst, er soll ja als Ersatz für einen Haller vom Spielertypen her schwierig. Jovic, Bas Dost, auch vom Vergleich her schwierig. Er ist einfach ein ganz anderer Spielertyp. Und da muss man einfach gucken, wenn er natürlich seine Tore macht, sind wir alle zufrieden. Ich glaube aber tatsächlich, dass, da hat mich auch die Aussage ein bisschen gewundert, dass gesagt wurde, Bas Dost ist doch perfekt. Der passt super zum Revic dazu. Jetzt müssen wir ja gucken, bleibt Revic überhaupt? Was ist, wenn der dann auch noch im Endeffekt eventuell verkauft wird? Wie machst du es dann? Also der Transfer, der wirkt so ein bisschen, ich versuche den jetzt hier in das System einzugliedern. Ob das dann am Ende was wird und dass das jetzt der Heilsbringer ist, das glaube ich nicht. Ich denke aber, es ist ein ordentlicher Spieler, der auf jeden Fall unseren Kader bereichern wird. Also hier hast du verschiedene Punkte angesprochen, die ich jetzt nach und nach ein bisschen abarbeiten will. Also kannst du mir gerne dann gleich nochmal helfen. Zunächst will ich ein bisschen ein Stück weit dagegenhalten, dass ich nämlich schon denke, dass Bas Dost in Wolfsburg durchaus erfolgreich auch war. Der hat natürlich nicht, und da gebe ich dir vollkommen recht, die Talkquote, die er dann in Portugal hatte, in der Liga, die natürlich vielleicht nicht dem deutschen Niveau entspricht. Wobei wir können das deutsche Niveau auch hier natürlich ja in Frage stellen. Auch viele, viele Topspieler, die nicht mehr nach Deutschland gehen. Also wenn ich mir anschaue, wie weit Bayern sich mittlerweile mit merkwürdigen Laien bemüht, um Topspieler hierher zu holen. Aber man darf nicht vergessen, dass Bas Dost immerhin in 117 Spielen 48 Tore, ja, das habe ich jetzt gerade bei Transfermarkt nachgeguckt, für den VW Wolfsburg gemacht hat. Aber das ist jetzt keine schlechte Quote. Die ist nicht so gut wie bei Lissabon, wo das krank ist, wenn du in 127 Spielen 93 Tore machst und danach kommen noch ein paar nicht zu vernachlässigende Vorlagen. Also das ist schon ein super Stürmer. Und ich denke, wir müssen echt zufrieden sein, dass wir jemanden von diesem Niveau überhaupt bekommen. Gleichwohl gebe ich dir vollkommen recht, dass er nicht der allererste Transfer, der Premier-Transfer ist, den die Eintracht, glaube ich, auf dem Schirm hat. Ich gehe sehr wohl davon aus, und das haben wir auch unter anderem bei Fußball 2000 auch angesprochen, wo wir genau diese Thematik auch mal angegangen sind, wo auch dann natürlich, das wird nicht der Stürmer 1 gewesen sein. Das war nicht die 1A-Lösung. Aber er war auf dem Markt, er war ja schon früher auf dem Markt, ich glaube, schon vor einem Monat, vor zwei Monaten, vor zwei, drei, ja, gab es Lose, die Überlegung, Barstos vielleicht an den Main zu lotsen. Und da muss ich sagen, das ist trotzdem noch eine super Nummer, und der wird uns, da bin ich hundertprozentig sicher, sofort verstärken, weil er diesen Torriecher hat. Wenn er fit ist, hat er einen megageilen Torriecher, und allein deswegen ist es eine richtig, richtig gute Nummer, dass es kein Balotelli ist. Ja, dass er aber auch weniger Gefahrenquellen hat als ein Balotelli, ja, und insofern, für mich eine gute Nummer. Und ich muss aber auch zum Teil auch meine eigene Aussage hier, weil natürlich ich der aktuellen Informationslage auch natürlich irgendwie, sag ich mal, nicht anheim falle, aber natürlich geschuldet bin, muss ich auch meine Aussage von vorhin ein wenig revidieren, denn ich habe eben gerade ein, nebenbei als du gesprochen hast, habe ich noch ein anderes Interview gelesen mit der Spieleragentur, die die Aussagen von Sporting, dass nur der Berater hier Geld machen will, dass die es ein bisschen beiseite geschoben haben und gesagt haben, also das ist ja so eine merkwürdige Aussage, ich merke, hier gibt es gewisse Verschiebungen, aber, und da muss ich ganz klar sagen, die haben nichts mit der Eintracht per se zu tun, ich glaube, wenn die jetzt mal ein paar Tage jetzt nochmal ein bisschen miteinander reden, kann das ganz schnell gehen. Ich weiß nicht genau, inwiefern Sporting da überhaupt auch seriös agiert, das kann ich gerade gar nicht sagen, das Letzte, was wir so mitbekommen haben, war ja auch die Tatsache, dass die auch Spieler verkaufen wollten, weil die jetzt auch nicht komplett auf Rosen, auf finanziellen Rosen gepettet sind, insofern halten wir da die Bälle flach. Also hier steht ja, ich zitiere es mal ganz kurz, der Klub hat uns im Juli mitgeteilt, das ist jetzt von der Berateragentur, der Klub hat uns im Juli mitgeteilt, dass Bas aus finanziellen Gründen verkauft werden muss, dass Sporting sein Gehalt nicht mehr bezahlen kann. Die Vereinsführung erklärte unmissverständlich, es werde kein Platz mehr für Bas im Team gemacht. Er werde nicht mehr spielen und müsse gehen. So, das sind natürlich Äußerungen, die das Ganze natürlich auf ein anderes Zett hieven. Insofern, wir merken, es gibt verschiedene Sichtweisen. Ich glaube, womit wir uns ganz klar festhalten können oder woran wir uns festhalten können, ist die Tatsache, dass die Eintracht gut agiert, dass Bobic das Heft des Handelns auf jeden Fall nicht aus der Hand gegeben hat und der wird das Ding noch eintüten. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber zumindest dann, wenn es vielleicht gegen Leipzig geht, weil das ist ja dann auch noch ein knackiger Geht. Da kommen wir auch noch dazu. Ich möchte noch einmal kurz... Und nochmal ganz kurz, ja, ich weiß, sorry, und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Vielleicht willst du da gerade einhaken, René, dann machst du das sofort. Ich will nochmal ganz kurz dazu sagen, Dennis, du hast ja gemeint, das wäre eventuell ein Aller-Ersatz. Es ist ein anderer Spielertyp. Ja, das war der Punkt, da wollte ich auch hin. Genau. Dann bitte. Ja, ich finde immer diesen Vergleich mit irgendwie vorangegangenen Spielern, Halea, Jovic und so weiter, ich finde es immer schwierig zu sagen, der Spieler, der da jetzt kommt, soll den, der vorher da war, ein 1 zu 1 ersetzen. Nein, das geht nicht, das wird niemals funktionieren, sondern wir haben die Situation, wir hatten vorher ein System, da haben diese beiden Spieler reingepasst, die sind gegangen, das heißt, wir haben erstmal per se auf dieser Position eine Lücke. Wir haben in diesem Jahr... ein vielleicht etwas anderes Konzept mit einem leicht anderen System und dann musst du gucken, wie du diese Lücke stopfst. Das heißt aber nicht, dass dieser Spieler, der da kommt, genau so ausgelegt sein muss, wie der davor da war, sondern der muss halt einfach nur diese Lücke in diesem System stopfen. Und wenn das System in diesem Jahr jetzt sagt, wir brauchen da vorne einen, der jetzt nicht, und das ist der einzige Manko, den ich an dem Spieler-Bastost sehe, in dreieinhalb Sekunden übers ganze Feld sprintet, weil Geschwindigkeit sehe ich bei ihm jetzt nicht als den großen Pluspunkt, aber wir brauchen einen, der neben einem Rebic und neben einem, was weiß ich, wen sonst noch so, da vorne halt einfach steht, Spieler auf sich zieht und im Zweifelsfall in der Lage ist, aus den unmöglichsten Situationen diesen Ball in das Netz zu machen, dann ist er da eine extrem gute Wahl dafür. Ja, hast du völlig recht. Gebe ich dir vollkommen recht. Er ist genau derjenige, der in der Mitte da steht, während die anderen halt die voll angeben. Wir haben ja beim Spiel gegen Hoffenheim, darüber kommen wir natürlich jetzt auch, wollen wir gleich darüber sprechen. Ich denke, da machen wir ganz gut den Zwift. Ist das okay für euch? Ja, gerne. Alles klar. Wir haben ja beim Spiel, beim äußerst erfolgreichen Spiel gegen Hoffenheim gemerkt, wie gut die Angriffsbemühungen waren, aber in einem Punkt gescheitert sind, und zwar in der Verwertung. Ja, das war, boah, sowas von schlecht. Das ist ja genau der Kern. Das hat ja trotzdem super funktioniert. Meine Güte, ich muss echt mal sagen, dass die Eintracht so gut aus dem Hafer kommt beim ersten Bundesligaspiel. Hängt vielleicht ein Stück weit auch damit zusammen, dass sie bislang fünf Pflichtspiele hatten, übrigens alle gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen. Das ist auch in der Saison 2019, 2020 schon mal eine richtig geile Angelegenheit. Das führt man sich kaum vor Augen, aber das sind wichtige Dinge. Und in Hoffenheim, gegen Hoffenheim, haben wir gemerkt, es funktioniert viel gut. Kostetsch rennt ein ums andere Mal, erarbeitet sich auch. Geil, geil. Und auch in Jovic, Jovic sag ich noch, und auch in Revic, ja, Jovic hätte ich ganz gern gehabt, der hat nämlich die Dinger gemacht, aber in Revic auch gut gespielt. Wir haben viele gute Szenen gehabt, aber der letzte Punkt hat gefehlt und da kann Bastos doch reinkommen. Einen eiskalten Verwerter, ja, stimmt. Ja, da waren halt einfach, also jetzt mal abgesehen von dem, von diesem 1-0 in der, was war es, 39. Sekunde oder irgendwas von Hinteregger, der das Ding da irgendwie reinlegt, du hättest in dieser ersten Viertelstunde, wo wir halt einfach mit so einem immens hohen Druck da gegen Hoffenheim angelaufen sind. Da waren locker noch zwei Chancen drin, wo du das Ding eigentlich ganz klar machen musst. Und da hätte uns eben dieser Goalgetter, der einfach diesen Riecher hat und weiß, wo er da hin muss und gerade gegen so einen Torwart wie Baumann, der jetzt auch nicht immer der sicherste da hinten drin ist, was man ja jetzt in diesem Spiel auch wieder gesehen hat, da hätte das halt einfach geholfen. Und wenn du gerade so eine Situation hast, wie du hast so einen Torhüter auf der Gegenseite wie einen Baumann, wo du einen Dost im Sechzehner stehen hast, der da halt einfach nur steht und diesen Menschen wahrscheinlich per Blick schon irgendwie zum Zittern bringt und von der anderen Seite kommt noch so ein Rebitsch angelaufen, dann bringst du einfach einen immensen Druck da hinten rein und das ist das, was wir halt einfach brauchen. Weil spielerisch haben wir auch in dem Spiel, finde ich, wieder so ein bisschen gesehen, versuchen wir es dann doch manchmal zu schön zu machen und das kannst du dir eigentlich nur leisten, wenn du vorher die zwei Buden gemacht hast, um das Ding am Ende sicher über die Linie zu bringen. So ist es. Genau das ist der Punkt. Und ich glaube, man kann trotzdem hier sehr positiv ansetzen. Also ich meine, wir haben gerade klar gesehen, was der Eintracht fehlt. Deswegen ist es wichtig, dass so jemand kommt wie Bas Dost. Wir haben keinen Jovic mehr, das ist trotzdem ein anderer Spiele. Aber Bas Dost ist jemand, der die Dinger machen kann. Aber ansonsten, wenn wir zu diesem Spiel kommen, sind wir doch viel positiv. Oder Dennis, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, auf jeden Fall. Also ihr habt ja schon sehr gut gesagt. Was mir ein bisschen eher negativ aufgefallen war, war dann im Nachhinein, wenn du so geschaut hast, wie waren denn so die Statistiken? Also klar, du musst hier nicht unbedingt Ballbesitz viel haben, aber dass wir am Ende da mit 32 Prozent Ballbesitz rausgehen, ist schon dann doch überraschend gewesen. So kam es mir zumindest auch in der subjektiven Wahrnehmung, gar nicht so akut nah oder so. Ist mir gar nicht so wahr geworden, dass wir eigentlich das Spiel komplett dem Gegner überlassen haben und daraus so viele Torchancen generiert haben. Und ihr habt es schon richtig gesagt, natürlich war es super ärgerlich, dass wir die Dinger nicht verwandelt haben. Natürlich war es auch super ärgerlich, dass wir der Schock kurz vor der Halbzeit erst mal, ach du Schande, jetzt haben die den Anschlusstreffer beziehungsweise einen Ausgleich gemacht. Marvin, wir haben ja im Endeffekt da auch gestanden, haben erst mal gedacht, oh, 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 was ist denn jetzt los? Oh ja, oh, 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 oh. Video-Schiedsrichter greift ein und im Nachhinein zu Hause am Fernseher konnte man dann auch sehen, okay, er steht wirklich genau im Blickfeld von Drabb, also gut entschieden. Auf der anderen Seite, das Spiel kann natürlich dann auch ganz schnell ganz blöd aussehen, dann steht es 1-1 zur Halbzeit. Also, man muss einfach sagen, die Eintracht hat mir über Strecken sehr, sehr gut gefallen, auch gerade, ihr habt es gesagt, ein Kostic, meine Güte, da läuft der wie ein Wahnsinniger über die Seite und zieht dann noch ab. Natürlich sind dann auch so Situationen, wo man denkt, im Nachhinein natürlich immer nur, warum spielt er denn da nicht? Dann ist es vielleicht wirklich ein ganz sicheres Tor, auch gerade mit einem Baumann, der dann im Endeffekt in der Situation gut die Ecke zumacht. Auf der anderen Seite, wenn er den Pass spielt, das machen wahrscheinlich 70 Prozent der Spieler, dann sieht er wieder ganz dumm aus. Also, es sind so Situationen gewesen, die haben mich im Nachhinein eher geärgert als da vor Ort. Ansonsten super Spiel, Eintracht 1-0 gewonnen, erstes Spiel, Marvin, du hast es vorhin gesagt, eigentlich muss man ja von einem Lauf sprechen, sechs Pflichtspiele, saugeil. Nee, also ich denke, da geht auf jeden Fall noch gut was weiter. Auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem nochmal so ein bisschen zu diesem, was du gerade immer gesprochen hast, diesem Konterfußball, den wir da gespielt haben. Also, konntest du schon im Laufe des Spiels merken, dass die Devise war, lass die anderen versuchen, irgendwie mit dem Ball zu spielen und wir setzen irgendwie auf Konter. Da hast du aber auch gemerkt, das war an dem Tag ein ganz ordentlicher Ritt auf der Rasierklinge, weil wir sind im Prinzip zweimal von der Abseitsfalle gerettet worden und einmal auch nur dank extra Runde über den Videoreferie. Also, das ist halt auch so. Ja. Im ersten Spiel mache ich das noch mit, aber wenn das irgendwie fünf, sechs Spiele in Folge so sind, dann muss ich mir schon irgendwie so ein paar Herz-Tabletten, glaube ich, einwerfen. Ja, aber da frage ich dich, was heißt gerettet werden, wenn die Abseitsfalle funktioniert hat, dann wirst du ja dadurch nicht gerettet sein, du hast absolut richtig gespielt. Und wenn du dich dann wirklich auf den VAR verlassen kannst, was ja jetzt dann der Fall war, ja, natürlich, also im Stadion habe ich genau das Gleiche gefühlt wie du. Im Stadion haben Dennis und ich uns angeguckt, so ein Glück gehabt, ey, alter Fall da. Aber Fakt ist, es gehört mittlerweile ja zum Spiel. Und wenn das zum Spiel gehört, dann muss man sagen, hat die Eintracht das richtig gemacht. Und dazu kommt ja noch, Hoffenheim ist halt auch keine, ist halt auch keine Taken-Truppe, ne? Die waren nicht so gut im Spiel. Ich habe gemerkt, oder wir haben alle gemerkt, dass die echt schwierig noch aus dem Quark kamen, nicht nur, weil sie in der ersten Minute nicht gut gespielt haben, beziehungsweise haben sie einen einchecken lassen, sondern weil die am Anfang nicht partizipiert haben. Das kam erst nach und nach. Und wie du vollkommen richtig auch gesagt hast, die Eintracht hat jetzt nicht gespielt, als wollten sie jetzt hier die großen kreativen Elemente walten lassen, sondern mit Core und Fernandes haben halt zwei gespielt, von denen man sagen kann, dass sie das grobere Spiel bevorzugen. Das ist eher so ein Marke-Abräumer da hinten. Ja. Wobei man dann auf der anderen Seite sagen könnte, könnte, nicht müsste, dass wenn du dir die Aufstellung aufguckst, und das wäre noch so eine Frage an euch, von der Aufstellung her, haben wir ja nur mit einem tatsächlichen pressenden Stoßstürmer, nämlich einem Rebic, da vorne gespielt. Der auf die Außen gegangen ist? Ja. Der viel auf die Außen gegangen ist. Und genau dann ist nämlich das Problem. Dann hast du die zwei Kreativköpfe, Kamada und Gacinovic, da als hängende Spitzezähner, was auch immer du sie nennen willst, dahinter, die ja eigentlich von der Rolle und von der Position und auch so, wie wir sie bislang immer eingeschätzt haben, die hätten sein sollen, und die dann die Kreativität da ins Spiel bringen. Ja. Fattet ihr das gut gelöst oder was ist eure Meinung? Ich habe eine, aber ich würde gerne eure dazu hören. Also, Marvin, erst dich oder willst du erst? Dennis, first. Okay. Also zu Kamada muss ich sagen, er hat mir eigentlich wirklich sehr gut gefallen, auch gerade so zwei Situationen, die habe ich noch im Kopf, da hat er sich sehr gut durchgesetzt, ein bisschen Abschlusspech eigentlich gehabt mit der Kreativität. Das ist hier natürlich, die Positionen waren ja so ein bisschen fließend. Das habt ihr schon schön gesagt, ein Rehwitsch, der eher die Sturmspitze verlassen hat, ein Kamada, der auf einmal dann im Zentrum auftaucht. Prinzipiell finde ich das gut, dass wir so flexibel sind, aber das hat keine, meiner Meinung nach, keine Zukunft, deshalb brauchen wir einen Stürmer wie, und da kommen wir wieder zu dem Namen, Bas Dost oder, Marvin, du hast es vorhin schön gesagt, Balotelli ähnlich, also jemand von diesem Kaliber, der im Endeffekt da vorne eiskalt die Buden macht und dann auch nur im Zentrum oder im Zentrumsbereich zu finden ist. Und das war hier teilweise wirklich was, ich weiß nicht, ob es so abgesprochen war oder ob die Spieler generell einfach im Spielverlauf dann gemerkt haben, oh, ich fühle mich an der und der Position, weil sie sind ja immer wieder zurückgekehrt zur Grundformation, haben sich aber im Spielverlauf dann immer wieder, entweder wurden sie mal von außen wieder zurechtgewiesen oder wie auch immer das dann bei so einem Spiel abläuft. Das ist so was, man merkt, die Spieler fühlen sich teilweise auf anderen Positionen etwas wohler und Kamada, wie gesagt, den würde ich da an der Stelle auch nochmal hervorheben, hat mir gut gefallen, dass er eben auch diese Zentrumsposition mal nehmen kann. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich seine vorgesehene Position war. Doch, das wäre sogar, ich glaube sogar, dass es seine Position wäre. Also, das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst, denn ich finde auch, dass Kamada positiv durchaus hervorzuheben ist, dafür, dass er sein erstes wirkliches Bundesligaspiel gemacht hat, ist das für mich eine ordentliche Leistung gewesen. Er hat super Ansätze gehabt und hat gemerkt, dass er eine andere Ballbehandlung hat, als man es wahrscheinlich vorher befürchtet hat. Also, ich meine, wir haben ihn ja im letzten Jahr eigentlich nur in Vorbereitungen gesehen und das hat mir echt gut gefallen. Die Ansätze sind da und ich glaube, er kann sich in der Bundesliga durchsetzen, wenn er so weitermacht. Aber natürlich, mit Rebic da vorne, ist es halt, das ist halt nicht zwingend der Stoßstürmer, sondern jemand, der eher auf den Außen unterwegs ist. Ja, das war halt so ein bisschen der Punkt. Die haben halt viele Schnittstellenpässe versucht, irgendwie in die Spitze zu spielen, aber wenn du natürlich in der Spitze da vorne keinen hast, sondern weil dein Stürmer halt irgendwo gerade sich auf der linken Seite ein Wettrennen mit Kostic liefert, dann hast du natürlich so ein bisschen ein Problem. Ja. Also das fand ich, war so ein bisschen schwierig und dann auch mit dem späteren Wechsel in Pacienza dann dazu bringen, fand ich, ist das Ding auch nicht besser geworden, weil der Typ hat mich an dem Tag fürchterlich aufgerechnet. Ich finde auch, dass Pacienza nicht die große Rolle gespielt hat, von der man sich erhofft hat. Ich fand, er ist komplett neben diesem Spiel herumgelaufen. Also ich fand, ich muss echt sagen, ich habe ihn kaum positiv wahrgenommen. Es gab so eine Situation, wo er mal hätte gefährlich werden können, ansonsten war das nichts. Das muss gerade für seine einzige Option, wenn er eingewechselt wird, muss das besser werden. Da muss er anders dabei sein. Es gab auch die eine oder andere Szene, die hätte er auch wirklich erfolgreich abschließen können und hätte dann auch zum Matchwinner beziehungsweise zu dem avancieren können, der die ganze Sache hier sichert. Das hat gefehlt. Da brauchst du was anderes, wenn du reinkommst. Ja, das war der Punkt, der mich halt auch immens gestellt hat. Du hast dieses Spiel, deine eigene Mannschaft führt mit einem doch recht knappen 1-0, was so ein bisschen auf wackeligen Beinen da steht. Und dann wirst du als Stürmer eingewechselt und anstatt diesen Druck nach vorne zu machen, hatte er ganz oft diese Situation, dass er im Zweikampf zu Boden gegangen ist und sich aber im Fallen schon quasi umgedreht hat, um zu gucken, ob der Schiri jetzt guckt und pfeift. Also, wo ich sage, nee, Junge, dann bleib auf den Füßen und sieh zu, dass du die Kugel irgendwie da nach vorne kriegst und ins Tor. Also, das war so für mich maximal nervig an dem Tag. Aber gut, am Ende brauchen wir uns, glaube ich, nicht zu beschweren. Das Ding ist glücklich mit einem 1-0 für uns über die Bühne gegangen. Hoffenheim hat den Dämpfer bekommen, den sie verdient haben. Wir haben unseren sechsten Erfolg im sechsten Pflichtspiel und stehen damit ganz gut da und können uns jetzt auf die Aufgaben freuen, die da kommen. Ich weiß, du willst jetzt die Anmoderation machen, das ist sehr schön, aber eine Frage haben wir gerade vom User noch bekommen und die müssen wir trotzdem noch stellen. Was sagen wir zu Danny Da Costa? Da ist es ja so, dass Durm... Er hat Flanken geübt, das finde ich gut. Sie kommen auf einmal an und er hat jetzt ein bisschen Konkurrenz auf der Außenbahn, weil mit Durm jetzt auf einmal da ist, der da auch spielt. Also, wir erleben auf einmal etwas, was stattfindet, was in der letzten Saison nie stattgefunden hat, nämlich, dass ein Danny Da Costa ausgewechselt wird, weil wir auf einmal eine Alternative haben und das gefällt mir. Ja, also ich bin aber trotzdem weiter dabei, der Chancentod hat uns gefragt, ich bin weiter dabei zu sagen, dass Danny Da Costa alleine aufgrund der Tatsache, was er eigentlich im letzten Jahr oder auch sogar noch länger schon für die Eintracht geleistet hat, auch weiterhin der Mann ist, der uns auf der richten Seite beglücken kann, aber natürlich mit der wohlwollenden Möglichkeit, eine Option zu haben mit Durm, aber noch ist Da Costa der Mann, mit dem ich gehen würde. Unbedingt, unbedingt, Leute, also man muss ja wirklich sagen, Da Costa, und das fand ich den Einstieg von dir auch, René, sehr gut, er hat deutlich an den Flanken geübt, er ist wirklich, finde ich, auch in den ersten Spielen ja wirklich mal durch schöne Vorlagen aufgefallen, auch wenn die Gegner jetzt nicht unbedingt die Prüfsteine sind, aber wir haben ja auch gesehen, wie ausgepowert die Spieler gerade zum Ende der Saison wurden und wenn du dann noch eine Auswahl, Chandler, Durm und so weiter hast, wo du ja wirklich sagen kannst, geil, oder auch ein Touré kann ja glaube ich auch recht spielen, also da hast du wirklich eine, eigentlich bist du überbesetzt, fast auf der Position, musst dann schauen, dass im Endeffekt die Spieler der Unmut nicht anfängt, kannst natürlich aber dadurch auch richtig schön Druck aufbauen und auch ein Da Costa ist für mich jemand, der definitiv mit der Drucksituation umgehen muss, wenn es jetzt so weit ist, um den nächsten Schritt auch zu gehen und dann ist das doch eine klasse Sache. Also können wir sagen, können wir sagen, dass Da Costa auf jeden Fall unser Stammspieler ist, aber am Ende des Tages wird wahrscheinlich, wird Durm wahrscheinlich trotzdem über 20 Spiele machen, weil wir wollen ja wieder ins Finale der Euroleague kommen und da muss dann auch bisschen gewechselt werden. Genau, genau, genau. Aber jetzt, Rene, gerne mit deiner. Jetzt Überleitung, du hast gerade eben schon das magische Wort genannt Euroleague, die steht nämlich auch wieder an am Donnerstag, da sind wir hingekommen, weil wir in der letzten Woche im Rückspiel gegen Vaduz ein, ich nenne es jetzt mal unspektakuläres und gleichzeitig auch ungefährdetes 1-0 über die Bühne gebracht haben. Der einzige Wermutstropfen ist die schwere Verletzung von Marco Russ, der jetzt sechs Monate ausfällt. Was das bedeutet, werden wir vielleicht gleich besprechen, weil wir gucken jetzt auf den kommenden Gegner der Eintracht am Donnerstag spielen wir in Straßburg und da haben wir uns jemanden hier herbeigeholt, der hoffentlich ganz viel dazu sagen kann. Wenn alles gut geht, haben wir jetzt hoffentlich den David in der Leitung. Hallo David. Hallo. Hi David. Ja, wir hören dich hervorragend. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Dankeschön. Genau, du... Schön, hier zu sein. Kennst dich mit Straßburg aus, du warst da schon im Stadion und bist auch, glaube ich, in nicht allzu ferner Zukunft, wenn ich das so richtig, anderen bundesweit agierenden Podcasts entnommen habe, wieder. Genau, ja. Also ich behaupte jetzt nicht, weiß ich nicht, alle Straßburg-Spiele der letzten zwei Jahre gesehen zu haben, aber... Ja, super. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Aber ich interessiere mich ja bekanntlich für die frisurische Liga ein bisschen, das heißt... Und für die zweite Deutsche und für die dritte Deutsche, ja, wir wissen. Und tatsächlich war ich letztes Jahr da im Herbst und habe tatsächlich auch jetzt wieder Karten für dieses Wochenende, wo sie gegen Rennen spielen. Okay. Und ja, also ich kann euch ein bisschen was erzählen, denke ich. Ja, dann bitte. Wir spielen Donnerstag in diesem wunderschönen Stadion, Donnerstagabend, 20.30 Uhr. Geil. Was erstmal prinzipiell schon geil ist, Marvin, für Marvin ist das gleich ein doppelt geiles Erlebnis, weil Marvin hat am Donnerstag gleichzeitig noch Geburtstag, also liebe Hörer, wenn ihr am Donnerstag früh bitte mal kurz dran denken würdet, dem Marvin herzliche Glückwünsche zu schicken, dann wäre das hervorragend. Statt jetzt wird das geil, ich habe noch kein Ticket, aber ich bin mir mal gespannt, was da noch passiert. Ja, aber das wird mir schon irgendwie da was hinkriegen. Also wer dem Marvin zum Geburtstag noch ein Ticket schenken will, es wäre eine Chance da. Genau, wir spielen gegen Straßburg, wo stehen die denn aktuell gerade in der Liga, David? Das weißt du doch bestimmt auswendig. Tatsächlich weiß ich gerade das jetzt nicht auswendig, kann ich nur sagen, dass sie mit zwei Unentschieden gestartet sind. Okay. Und zwei durchaus minimalistischen Unentschieden, also 0-0-1-1 und jetzt auch nicht gegen großartige Gegner. Das letzte 0-0 war gegen Reims und das 1-1 davor war gegen Metz und Metz ist ein Aufsteiger gewesen. Also in der Liga etwas durchwachsen. Das hat aber auch Gründe, dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen. Ja. Vielleicht erst mal kurz zur Einordnung. Ich weiß gar nicht, inwieweit. Also klar, Straßburg ist ein Name, den man wahrscheinlich grob irgendwie kennt. Die Feel-Good-Story bei Straßburg ist, dass es eigentlich ein Traditionsverein ist, gibt es seit 1906. Seit 1932 wurde gemerkt, gibt es in Frankreich eine Profiliga und die ganze Zeit waren die immer oben so in der ersten zwei Ligen mit dabei, bis eben 2010. Und da sind sie komplett abgekracht in die fünfte Liga runter, sind am Ende abgestuft worden wegen Insolvenz. Okay. Nachdem sie vorher schon in die dritte runtergefallen waren und mussten sich dann mühsam, mühsam neu erfinden und haben es dann aber tatsächlich geschafft, in, was waren es, sechs Jahre oder so, den Wiederaufstieg zu schaffen, sechs oder sieben Jahre den Wiederaufstieg in die erste Liga komplett zurück. Also quasi von Liga 5 bis in Liga 1 in sechs Jahren. Das heißt also quasi jedes Jahr Aufstieg. Ich bin jetzt ganz sicher, ob es sechs oder sieben Jahre waren, aber so in dem Drehung. Aber dann ist es ja trotzdem fast jedes Jahr Aufstieg. Also das ist ja schon mal ein ganz ordentlicher Durchmarsch, den du dann da hinlegst. Ja, 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 ja. Und für die Fanszene war es interessanterweise fast ein Erweckungserlebnis. Die waren vorher ein bisschen abgeschreckt durch diverse dubiose Gestalten, die sich da so getummelt haben, Investoren und Präsidenten und so. Okay. Und in diesem Jahr, als sie abgestuft worden sind, ist Mark Keller Präsident geworden. Selbst fünf Jahre aktiver Spieler bei Straßburg und auch 96, 98 beim KSC in der Bundesliga. Der hat mir bekannt vor, habe ich mir gedacht. Genau. Und der scheint nach allem, was man hört, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Fans zu pflegen, aus den Ultras. Und die hatten offenbar selbst in den Amateurs und unterklassigen Zeiten dann richtig viel Leute im Stadion. Also ich habe nachgeschaut, angeblich sogar teilweise bis zu 25.000. Wow, okay, krass. Und das merkst du heute. Also warum du keine Karte hast, Marvin, liegt genau an diesem Grund halt. Die haben, glaube ich, eine Auslastung von über 90 Prozent jeden Spieltag. 16.000 Dauerkarten. 26.000 passen da rein. Und das Spannende an diesem Stadion ist, dass es eigentlich ein, im Grunde ist es ein Sitzplatzstadion komplett. Die haben so Stehplätze. Wenn man zum ersten Mal da bestellt, denkt man, oh, gut, Stehplätze. Und dann stellt man fest, hä, die haben, weiß ich nicht, so 500 Stehplätze oder sowas. Die sind auf Grasnarbenhöhe direkt ins Spielfeld rum. Da kannst du dich so in Zweierreihen dann irgendwie hinstellen. Also quasi hinter der Trainerbank kannst du stehen und der Rest ist dann Sitz. Das ist ja mega geil. Einmal komplett ums Stadion rum. Ja, sehr geil. Hinstellen irgendwie. Aber sie haben sozusagen eine inoffizielle Stehplatztribüne, nämlich die Ost müsste das sein. Da stehen die ganzen Ultras auch und die stehen halt auf den Sitzplätzen dann. Ist bestuhlt. Die ganze Zeit. Ist bestuhlt und sie stehen da und sie machen seit mehreren Jahren auch Lobbyarbeit, um zu sagen, könnte man das nämlich doch umwidmen. Weil eigentlich ist es ja von den Sicherheitsvorkehrungen auch ein bisschen Quatsch, wenn da Leute die ganze Zeit stehen auf Sitzplätzen. Und als ich da da war vor einem Jahr, ich war echt beeindruckt. Also das war eine richtig, richtig gute Stimmung. Ich meine, euch muss ich als Frankfurter bei guter Stimmung nichts erzählen. Wir hörten davon, ja. Aber also da müssen sich viele Bundesliga-Clubs nicht verstecken, fand ich. Die haben gut Stimmung gemacht. Das klingt echt geil. So in der Vorbereitung habe ich das mir auch so ein bisschen mal angeguckt und habe dann auch, also gerade kann ich nur bestätigen, das was du sagst. Ich habe dann irgendwie auch gelesen, dass sie sogar, war das Viertliga-Partie oder so, wo sie dann gegen den FC Moulouse oder also Mühlhausen gespielt haben und dann waren auch 25.000 Leute da oder irgendwas total Verrücktes in der vierten Liga. Total crazy. Ja, und das Spiel scheint auch schon, also dieses Stadion scheint relativ früh schon relativ voll. Die machen auch, die haben sich dann so angewöhnt, in diesen Amateurzeiten dann auch ein Vorprogramm zu machen, wo die Spieler dann nochmal rauskommen und Autogramme geben. Und weil der Klub halt bewusst gesagt hat, wir wollen irgendwie Leute ins Stadion holen. So, das ist unser Pfund, das brauchen wir. Coole Sachen. Ich könnte jetzt noch sagen, wo man nach dem Spiel dann gut Flammkuchen essen kann, aber wahrscheinlich, wenn ihr im Ausweitsblock seid, wer hat denn eigentlich alles Karten von euch? Also tatsächlich ja, wirklich aktuell nur Basti, ne? Okay. Und alles, sonst hat keiner hier Karten. Das heißt, also ich fahre ja dann halt hin und ich muss halt mal gucken, wie ich an Karten komme. Aber ich bleibe ja auf jeden Fall bis Freitag und reise schon an Mittwoch an. Also wenn du mir jetzt schon sagen willst, wo ist gut Flammkuchen, dann kann ich auf jeden Fall morgens schon. Ne, es gibt tatsächlich im Stadion guten Flammkuchen. Ah was? Ja. Okay. Super. Aber vermutlich nicht für die Auswärtsfans. Ah, verdammt. Ich weiß halt nicht, wie die langgeleitet werden. Aber man kann da, die machen da, wenn das Spiel fertig ist im Erdgeschoss, haben die da einen riesigen Stand, so Backplatte an Backplatte. Da kannst du dann so pizzagroße Flammkuchen von Pappblechen nehmen. Das ist ziemlich cool. Geil, Living will Klischee, mir da nicht. Ja, aber ich meine, wenn du da vernünftig mit umgehst, kannst du sowas doch auch bringen. Das ist doch das Beste. Stell dir mal vor, wenn wir uns ein Handkäse mit Musik geben im Stadion. Bestes. Grandios. Stell dir mal vor, da würden uns einige aber immer auf die Gegner werfen. Das wäre auch nicht so geil. Werf doch meinen Handkäse nicht. Wo kommen wir denn da hin, bitteschön. Wie siehst du denn aber prinzipiell sportlich die Chancen, für uns eine Runde weiterzukommen oder in die Gruppenphase einzuziehen? Ja, ja, prinzipiell sehe ich sie schon gut. Also, Frankfurt ist schon, es ist ja schon einfach eine beeindruckende Mannschaft. Ich glaube, man muss halt diesen Hexenkessel ein Stück weit einfach durchschreiten. Wenn du da einigermaßen unbeschadet wegkommst, dann hast du eine gute Chance, das zu Hause einzutüten. Oder wie siehst du das? Ja, ich meine, Straßburg ist ja in der Quali, weil sie den Liga-Pokal gewonnen haben in Frankreich. Es gibt da ja auch zwei Pokale und sie haben den Liga-Pokal gewonnen und auf dem Weg dahin haben sie erst Lille, dann Marseille, dann Lyon, dann Bordeaux und im Finale nochmal Gangon geschlagen. Oh, okay. Also, und sie waren auch eine Mannschaft, die, oh, ich weiß nicht mehr, sie haben, sie haben ein paar Mal Paris besiegt in den letzten, in den letzten zwei, drei Jahren. Zwei Jahren. Ich weiß, dass sie vor zwei Jahren waren sie die erste Mannschaft, die Paris besiegt hat in der Saison. Okay. Und danach irgendwie sieben Monate niemand mehr. Also, sie können schon beißen, sie können schon unangenehm sein. Das heißt jetzt nicht, dass sie eine Übermannschaft sind, aber also Acht geben sollte man sich schon. Sie spielen mit Dreierkette eigentlich meistens, fast immer und haben, zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie ein sehr, sehr flexibles, offensives Mittelfeld haben, wo Leute sehr, sehr stark changieren und durchaus auch ganz verschiedene Rollen einnehmen können. Also, sie können sowohl Ballbesitz als auch Konter halt. Wenn man jetzt Herrn Thierry Laurel glauben darf, mit dem, was er gesagt hat, da mit Verteidigen und wir werden bis Ende August verteidigen, dann werden sie möglicherweise ihr eher offensives Gesicht nicht zeigen, was aus neutraler Sicht fast ein bisschen schade ist, für euch vielleicht ganz zugute kommt. Haben anfangs gegen Haifa noch ziemlich defensive Probleme gehabt, in der ersten Runde der Quali. Die haben sie dann abgestellt jetzt eigentlich. Also, gut, die Frage, was Ploffdiff für eine Benchmark ist, ja genau, 1-0 gewonnen, ja. Ja, haben ein paar sehr, sehr große Spieler. Der aktuelle Stoßstürmer Ayork, habe ich gesehen, war sogar mal auf dem Zettel von der Eintracht als Ersatz für Haller. Zumindest gab es noch Gerüchte. Genau, ja. Ja, der ist, aber ich kann den nicht einschätzen. Kannst du den einschätzen irgendwie? Aber ich sage mir jetzt nichts. Also, ja, groß. Groß, 1,97. Also, Aler war auch groß, der da ist auch groß. Ja, ein Brecher halt, ne? Also, wer sehr, sehr interessant ist, wer mich damals sehr beeindruckt hat, als ich da war, ist Sisoko, das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, der ist auch, ist auch eine richtige Kante. Das ist aber nicht der Sisoko, den man aus der Premier League kennt, sondern der kommt bei denen aus der Jugend. Ich habe nämlich gerade eben nachgeguckt, über den Namen bin ich gerade eben in der Ausstellung oder im Kader auch gestolpert. Ne, ne, der ist super jung, der ist 22 oder so, der 21. Und das ist so ein richtiger, das ist ein Sechser, der richtig mit nach vorne trabt. Also, wenn der eine Ball am Fuß hat, geht der auch mal vor bis an den Strafraum. Für sein Alter unglaublich spannender Spieler. Und ansonsten halt der große Starspieler, bei dem sie nicht wussten, ob sie ihn vielleicht abgeben müssen dieses Jahr, mit dem sie jetzt verlängert haben, ist halt Kenny Lala. Ja, den kennt man. Ich habe schon ein bisschen geguckt, das wird so ein bisschen dann auch Duell der Rechtsverteidiger, da Costa gegen Lala so im direkten Vergleich, der auch, also Lala hat auch, wenn man sich so die, das so ein bisschen verfolgt hat, der enorme Leistungssteigerung in den letzten zwei Jahren, da die sämtliche Marktwerte und alles explodieren, der ist glaube ich letztes Jahr so ziemlich jedes Spiel irgendwie durchgelaufen, das ist auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ja, total, also der war auch extrem auffällig, sieht man auch im Stadion, der, und der hat halt auch, ähnlich wie bei euch, diese, diese Hybridrolle zwischen Außenverteidiger und dann doch offensiver Mittelfeldspieler, auch eben gerade durch diese Dreierkette dann, wo er ein bisschen mehr Freiräume hat, also der ist, der ist extrem gefährlich. Der darf niemals zur Eintracht wechseln, sonst müssen wir wieder von Fußball zu Tau, sonst müssen wir wieder ein Lied machen, da fällt schon so ein Future-Lied ein, Kenny lala, da, 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 Okay, würde passen. Der Kader ist generell aber auch ein relativ interessanter Spiel, nämlich auch ein D'Acosta, nämlich Nuno D'Acosta, der ist auch Mittelstürmer. Genau, ja. Also tatsächlich sollte Ajok nicht spielen, haben sie durchaus noch ein, zwei Stürmer, die interessant sein können, anstatt dessen. Wir haben damals Zoe gesehen. Der hat jetzt gerade auch wieder gespielt, ich glaube gegen Plovdiv auch. Hat längere Zeit offenbar nicht mehr gespielt, den fanden wir auch ganz querlich eigentlich, ganz zielstrebig. Und jetzt nochmal ganz kurz zu einem Spieler, bei dem ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, der auch immer vor ein paar Jahren, ich glaube vor einem Jahr oder so, mal bei Mainz im Gespräch war, und zwar der offensive Mittelfeldspieler Adrian Thomasson. Es ist ein Spieler, bei dem man wirklich auch so Angst hat, was heißt Angst, das brauchen wir nicht haben, aber zumindest Respekt haben muss, weil das ist ja auch jemand, der schon relativ regelmäßig da vorne die Strippen zieht oder auch die Tore erzielen kann. Ja, also ich fand ihn auffällig, zusammen mit Martin waren das so die beiden, also Thomasson und Martin sind die beiden, die halt sehr, sehr stark changieren da oft, oder zumindest die Male, wo ich es gesehen habe, changiert sind und dadurch eben diesen Druck, diesen Zug reingebracht haben. Also wie gesagt, das ist schon eine spannende Mannschaft, man muss sich jetzt nicht größer machen, als sie sind. Klar, wenn wir jetzt die Einzelnen durchgehen, kann man zu jedem was Positives sagen, trotzdem alles in allem ist das auf jeden Fall Kragenweite für eine Mannschaft wie Frankfurt, die vergangenes Jahr gegen noch größere Namen angetreten ist. Ja, aber gut, aber ich glaube, aber ich glaube, man muss halt einfach sagen, das muss man auf jeden Fall festhalten, das ist der erste richtig heftige Test, also jetzt ja, schon heftiger Test in der Europa League. Ich meine, alles alles gut und schön, ja. Tallinn war eine geile Erfahrung, aber das war jetzt ein machbarer Gegner. Baduz haben im Hinspiel gemerkt, was machbar ist, ja. Aber Straßburg ist halt jetzt, die haben jetzt keinen Drötenpokal gewonnen, sondern der Leverpokal ist jetzt, auch wenn es gegen Georgian letzte Saison ging, die ja leider noch abgestiegen sind, einer meiner Vereine, die ich in Frankreich ganz schön finde, allein weil die aus der Bretagne kommen und auch so ein bisschen selbstgeführter Verein auch so ein bisschen ist, ne, wenn ich da großartig, ja, ja, mit so irgendwie tausend verschiedenen Fansponsoren, die sich da auf so ein ganz breites Fundament von Fans stützen, um sich zu finanzieren. Das ist ein sehr spannender Verein auch, ja. Auch lustig, dass die im Liga-Pokalfinale waren und dann halt abgestiegen sind, ja. Traurige Geschichte, vielleicht steigen sie wieder auf. Also wie gesagt, das ist ein echt krasser Gegner, aber ich freue mich richtig auf Straßburg. Ich finde es ein geiles los, kompletter, kompletter Unterschied zu den Jahren, also zum Jahr davor, wo wir wirklich in große Stadien gefahren sind, in die großen, ähm, Länder natürlich auch, aber in die großen Städte und jetzt tingeln wir so ein bisschen, auch so ein bisschen so, äh, Einzugsgebiet will ich meinen, aber halt das Beste, was du irgendwie rausholen kannst, richtig. Ja, also das Stadion der Mainau ist schon, ist schon ein bisschen runtergekommen, so. Das wirkt schon so ein bisschen grau, es war, es war ziemlich zugig innen drin, äh, äh, aber, ja, es ist halt ein, es ist halt ein altehrwürdiges Stadion, also. David, wann warst du das letzte Mal da? Das war, was war das, letzten Oktober oder so, also es war schon. Okay, also wirklich noch gar nicht so lange her, okay. Es war schon recht, war schon recht kühl dann, ja, ja, abends irgendwie und, äh, ich erinnere mich, als wir heimgelaufen sind, man kann da auch, also das ist in einem, das ist, äh, ja, in so einem Wohngebiet, man kann da auch versuchen, da, äh, falls hier irgendwie mit dem Auto hinkommt, da im Wohngebiet zu parken, ähm, ich hatte noch gehofft, dass ich irgendwie an einem Supermarkt vorbeikomme und ein bisschen mich eindecken kann, mit ranzösischen Spezialitäten, war aber nix. Oh Gott, vielleicht muss ich das aber nochmal machen. Jetzt bringst du mich auf Ideen. Zwei Dosen Weinschort oder irgendwie sowas. Ja, Vino gibt's da bestimmt gut, aber ich bin ja nicht so der Weintränker, vielleicht sollte ich das dort werden. Also 90 Minuten Zeit. So eine Gänse-Riette. Gänse-Riette. Per Twitter kam gerade eben nochmal die Frage, die wir an dich weiterreichen sollen, Dennis, was denn da deine Meinung ist, ob du, äh, Bedenken hast, dass von der, wie heißt es, Präfektur, Präfektur, nochmal irgendwas kommt bezüglich Fans, weil da scheint es ja auch so ein bisschen, ähm, hoch zu kochen für diejenigen, die das nicht wissen, Straßburg hat eine Fanfreundschaft mit dem KSC, den wir ja nicht so ganz so gerne mögen. Ähm, und, äh, von, wenn man KSC sagt, dann ist das nächste Wort, was einem einfällt, natürlich Offenbach und dann kommt so das eine zum anderen und da scheint es jetzt so ein bisschen, ja, im Vorhinein, ja, Bedenken geäußert worden zu sein. Wie würdest du das einschätzen, wenn du da schon mal vor Ort warst und vielleicht auch die Mentalität, dich mehr in die Mentalität versetzen kannst? Naja, da bin ich tatsächlich nicht nah genug dran, ähm, ich, also tatsächlich wusste ich, dass mit der Fanfreundschaft, muss ich zu meiner Schande gestehen, so auch bis vor kurzem gar nicht, ähm, bei der, bei der Recherche jetzt, äh, bin ich in irgendeinem, äh, KSC-Forum gelandet, wo, wo Leute schon gesagt haben, dass sie auf jeden Fall auch hinfahren wollen zu Straßburg, um Straßburg zu unterstützen. Tadam! Okay, wo ist mein Mundschuss? Das wäre ja vielleicht gewesen. Äh, also insofern sind die Bedenken wahrscheinlich gar nicht so unbegründet. Und, ähm, also klar, äh, Frankreich ist durchaus ein Land, gut, andererseits, also so, so lieb, sehen die Polizisten bei Bundesligaspielen auch nicht aus. Ich wundere mich da auch immer, wie sich Darmstadt manchmal verwandelt in ein militärisches Sperrgebiet, nur weil irgendwie ein Fußballspiel stattfindet, ey. Kann ich zugeben. Kann ich zustimmen. Ja, also keine Ahnung, die, ja, könnte sein, dass sie da, dass sie da Polizei aufgebaut, ähm, vorfahren. Du hast aber ja schon gesagt, David, dass generell das Interesse auch bei den Heimfans riesig ist, dementsprechend, weil ja viele noch drüber gesprochen haben, warum wird dieses Kontingent nicht wieder etwas erhöht? Diese, äh, unsäglichen fünf Prozent sind ja oft dieses, äh, für Frankfurt-Fans der Schlag oder der Tritt in den Hodensack, äh, äh, auf der anderen Seite, wenn natürlich die eigenen Fans entsprechend eh alle Tickets aufkaufen, dann muss man das natürlich auch nicht anstoßen, wie es manchmal jetzt in den anderen Spielen war. Genau, genau, genau. Also der, der Gästeblock, äh, ist, ist so schräg gelegen, äh, in so einer Kurve drin. Ich glaube sogar, dass dann, war da nicht sogar ein Gitter davor? Das könnte sein, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber die, ich, wir hatten kurz mit, äh, mit Fans im Stadion gesprochen dann, die gesagt haben, also wir, wir waren gegen Dijon da letztes Jahr und, ähm, und, äh, da waren ziemlich wenig Gäste-Fans und dann haben die Straßburger halt gesagt, ja, ja, das sei eigentlich, also Franzosen würden halt nicht viel auswärts reisen und das sei eigentlich fast immer so und, und, äh, es gäbe wenig, äh, sehr, sehr wenig Vereine, die da eine Gästeblock voll machen würden. Also insofern werden sich, äh, bestimmt die Straßburger Fans auch freuen, dass ihr da eine Gästeblock voll macht. Ich glaube, es wird geil, also ich, das kann halt auch, ich meine, du hast ja gemerkt, was ein Run auch von vielen, ähm, Eintracht-Fans, äh, da war, also wirklich jeder hat nach Karten gefragt, im Block ging es hin und her, ja, wie sieht's aus, ja, auch noch keine Karte bekommen, oh, wird's schwierig. Im Endeffekt wurden ja hauptsächlich erstmal die ganzen Auswärts-Dauerkarten- Fans, ähm, abgefrühstückt, dass die erstmal in Karten kamen, was auch vollkommen verständlich ist, die Leute, die alles mitmachen, nehmen natürlich auch das mit, ähm, äh, und dann bleibt dann auch gar nicht mehr viel übrig, du hast ein bisschen ein Kontingent gehabt für, äh, von der, äh, FUFA, ähm, die auch Reisen angeboten hat, mit dem Bus, mega günstiger Preis, ähm, hin und zurück, hin und zurück, und das Ticket insgesamt 50 Euro, also ein unschlagbarer Preis, ja, muss man dann sagen, aber dann bleibt halt einfach nicht mehr viel übrig, ist auch vollkommen okay, ich, das ist halt so, ja, das ist, äh, das los, wenn man ein, ähm, ja, ein Verein ist, der halt einfach extrem viele Fans und auch viele geile, verrückte Fans hat, whatever, kein Drama, ähm, und eine Anreisezeit von zweieinhalb Stunden im Auto, was natürlich auch absolut krank ist, naja, und so große Stallion halt dann doch wieder nicht, ne, doch nur halt, also 26.000, ich meine, das ist für Bundesliga-Verhältnisse doch vergleichsweise klein, ja, und, aber für die ist es halt auch geil, lieber so, mit einem Hexenkessel, kennt ihr ja aus Freiburg auch, ja, bevor, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, weißt ihr ja, aber, ähm, bevor es halt irgendwie 50.000 sind und das verläuft sich halt da, ne, also insofern, da ist es geil, lieber eine supergeile Stimmung zu haben und, äh, davon hast du uns jetzt berichtet und ich bin mega gespannt, vielleicht kommt man ja da doch noch rein und dann sehe ich das und, äh, erlebe da, glaube ich, eine wilde Sache. Vielleicht sogar mit einem Pfannkuchen. Nom, nom, nom. Flammkuchen, nicht Pfannkuchen. Pfannkuchen vielleicht auch. Ich hab Flammkuchen gesagt, aber wenn du wieder, wenn du... Hier kam definitiv Pfannkuchen an. Hier kam auch Pfannkuchen an. Ja, wenn du ein süßes Schleckermaul an Pfannkuchen denkst, kann ich auch nicht helfen. Ja, ich glaube, in Frankreich heißt sowas doch Krepp, oder, David? Ja, naja, ja. Oh, das könnte sogar... Oh, das war, ich überlege gerade, gab es die nicht sogar auch? Oh, oh, oh. Das ist aber auch. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es gab auf jeden Fall zwei oder drei verschiedene Arten von Flammkuchen. Wenn das so weitergeht, macht Marvin erstmal einen Tag Hungerstreik, damit er sich am Donnerstag da im Stadion die Hucke vollhauen kann. Also ich freue mich, ich freue mich jedenfalls auch für euch, habt ihr es ja schon gesagt. Und ich, tatsächlich bin ich hin und her gerissen, wem ich da jetzt... Ich hätte es echt beiden gegönnt. Also ich hätte euch gerne in der Gruppenphase oder so gesehen, oder? Im Achtlichfinale, weiß ich nicht, ob wir das auf einander treffen. Ja, im Finale, wer weiß. Es ist echt schade, dass die beiden Klubs jetzt in der Quali-Aufnahme treffen. Weil, ich meine, auch die Straßburger, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber es muss, ich glaube, es ist Jahrzehnte her, dass sie das letzte Mal europäisch gespielt haben. 13 Jahre, 13, 14 Jahre oder so. Das ist noch gar nicht so lange. Ja, okay. Ja gut, aber guck mal, ich meine, dafür stellen wir vor, wie das für uns eine Rückkehr nach elendlich langer Zeit war, da eskalieren die natürlich auch komplett. Und jetzt haben die halt auch ein... Also Blofte war jetzt nicht so, weißt du, keine Ahnung, wüsste jetzt nicht feucht im Höschen. Aber wenn dann die Eintracht kommt, sage ich mal, aus der anderen Sicht, das ist schon geil. Genauso wie wir auch Straßburg feiern, das wird schon gut. Ja, ja, also die sind schon heiß. Die freuen sich schon. Und wer weiß, man, so eine Chance... Also die waren sogar letztes Jahr, waren sie zwischenzeitlich auch in der Liga auf dem Europapokalplatz, sind aber dann, die Rückrunde war ein bisschen schwächer, sind dann wieder abgestürzt und hatten insofern Glück, dass sie da über diesen Liga-Pokal reingekommen sind. Ja, okay. Cool, gut zu wissen. Interessante Einordnung. Aber es ist krass, ich meine, wie du gerade gesagt hast, für die absolut begeistern. Auch diese, ja, wir reden Kanation, wieso der Phönix aus der Elsässer Asche da wieder hoch gekommen ist, ja. Das ist ja unfassbar. Fünfte Liga-Abstieg, dann irgendwie nach und nach wieder hochgekämpft. Wow, geil. Also, muss man sagen, man würde es denen echt gönnen, so eine richtige Europa-League-Saison, wenn da gerade nicht die Eintracht stehen würde. Ich wollte gerade sagen, wenn nicht wir der Gegner wären, ja, dann könnte man da über vieles reden. Aber nächste Saison ist es ja, oder wann ist das? Übernächste Saison, dann kommen die in die UEFA-League 2, wenn sie dann absteigen, ja, beziehungsweise nicht wenn sie absteigen, wenn sie dann gegen uns verlieren. Dann gibt es ja da auch wieder Möglichkeiten. Ist das nicht nächste Saison schon mit der UEFA-League 2? Es ist ein Wahnsinn. Ich meine 2021, ja. Ich habe mich mit diesem Konzept jetzt nicht näher beschäftigt, nachdem wir beim letzten Mal ja schon festgestellt haben, dass das Ding nicht wirklich durchdacht ist. Wir hatten ja bei 93 versucht, das irgendwie aufzudröseln, sind gescheitert an diesem Reglement. Es war trotzdem ein ehrenwerter Versuch. Es hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Silber-Fallcup, ja. Nur gut. Nur gut. Bevor wir dich, David, dann jetzt aber in den, ich hoffe, dann wohlverdienten Feierabend entlassen, darfst du natürlich als Gast an unserer Tipprunde beiwohnen und darfst auch gleich den Anfang machen. Was tippst du denn, wie das Spiel am Donnerstag ausgeht für die Eintracht? Ich glaube, 2-1 für die Eintracht. Sehr schön. Marvin, was wünschst du dir für deinen Geburtstag an Ergebnissen? Ja. Mir hätte ja schon fast ein 2-2 gereicht, aber wenn wir jetzt hier schon so hoch stapeln, sagen wir natürlich auch 3-1. 3-1? Ja, aber es hängt damit zusammen, weil Bastos morgen noch kommt und dann ist es halt so, dass wir dann ein Goalgetter da vorne drin stehen haben. Er spielt ja direkt. Wir können bis morgen noch nachnominieren. Also es würde, wäre knapp, aber wenn das Fax diesmal rechtzeitig durchgeht und die UEFA das Papier im Faxgerät liegen hat und die Eintracht die Telefonrechnung bezahlt hat, dann könnte das alles noch gehen. Du merkst, da sind viele Ungleichheiten oder viele Variablen in dieser Form. Ich frage mich auch, ob es einer Offensive gut tut, wenn man da so einen neuen... Die Chancenverwertung der letzten Spiele tut, aber trotzdem... Also ich glaube, der Spieler würde tatsächlich schnell helfen, aber zumindest mal als Einwechselspieler. Ich würde mal sagen, und wenn es nur als Einwechselspieler ist, könnte das halt schon so eine Nummer sein. Aber mal schauen. Dennis, was sagst du denn ergebnistechnisch? Ich denke, wir gewinnen 2-0. Wir gewinnen 2-0. Ich freue mich mega auf dieses Spiel, aber ich bin da so ein bisschen weniger optimistisch, was einen Sieg angeht und sage, das Ding endet am Ende 1-1. Aber Hauptsache auswärts. Wichtiger Auswärtstoll. Hauptsache Auswärtstoll. Alles nur kein 0-0. Ja, super, David. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einschätzung und die ganzen Tipps, die du uns ja auch mitgegeben hast. Sehr gerne. Sehr gut. Vielen Dank, David. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr von David hören wollt, dann müsst ihr, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt, und das kann ich mir absolut nicht vorstellen, unbedingt 3.90 abonnieren hören. Folge kommt, glaube ich, jede, immer von Montag auf Dienstagnacht. Und von daher, wenn ihr das noch nicht kennt, was ich mir, wie gesagt, nicht vorstellen kann, aber falls doch, dann da mal hinschauen. Auch wenn, wie David bei der letzten Folge gesagt hat, manchmal etwas Boulevardesk wird. Aber David, vielen Dank. Vielen Dank, mein Lieber, dass du da warst. Und natürlich, wir haben, René hat es ja vorhin gesagt, natürlich könnt ihr uns unterstützen. Aber auch 3.90 haben jetzt ein neues 3.90 Superfriends-Paket. Funfriends. Was habe ich gesagt? Superfriends hast du gesagt. Superfriends. Das hängt damit zusammen, dass du den am Werb ummachen musst. Superfriends. Das kommt dann bald. Also die 3.90 Funfriends jetzt bei Patreon. Also wenn ihr zu den wenigen gehören solltet, die das noch nicht geliked beziehungsweise unterstützt haben, dann tut das. Da freut sich auch der Damen. Die Steigerungsformen sind Funfriend, Superfriend, Robfriend. Das sind die 3 Steigerungsformen. So, und du warst bei Phil Hoffmeister in der Schule. Danke. Bitte. Mach's gut. Ciao. Okay, ciao. Ja, das war der David. Und er hat uns eine Einschätzung gegeben zu Straßburg. Und wir haben getippt. Und jetzt müssen wir natürlich auch nochmal so ein bisschen auf die Liga gucken, weil die lässt ja dann auch nicht so ewig dann danach auf sich warten. Bevor wir auf das Spiel gegen Leipzig schauen, noch einmal der Vollständigkeit halber. Es wurde am vergangenen Bundesligaspieltag auch noch die nächste Runde des DFB-Pokal ausgelost. Wupp, wupp. Und wir haben als den nächsten Pokalgegner bekommen, den FC St. Pauli. Und spielen entweder am 29. Oktober, was ein Dienstag ist, oder am Mittwoch, den 30. Oktober, am Millern-Tor. Also, von daher, das ist noch nicht so ganz klar. St. Pauli ist jetzt, glaube ich, auch ein Gegner, wo man sagen kann, es hätte jetzt irgendwie schlechter werden können, was jetzt so Stimmung und so weiter angeht. Brutales Los. Ich liebe es. So ist es. Wird extrem geil, freue ich mich. Für Auswärtsfahre ein bisschen nervig. Natürlich die Tour da hoch, dienstags oder mittwochs. Aber ansonsten, ja, cool, auf jeden Fall. Es ist trotzdem die beste, also es ist eine der besten Auswärtsfahrten, die man sich irgendwie wünschen kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meinte nur, weil, ich sage mal, das Urlaubskontingent und Co. ist ja doch mittlerweile etwas ausgeschöpft. Dann unter der Woche jetzt auch noch so ein Kracher, dem er sich auch nicht entgehen lassen will. Es ist natürlich von der Fahrstrecke her jetzt auch nicht unbedingt um die Ecke. Aber cool, auf jeden Fall Geiles Los. Ich warne auf jeden Fall euch davor, falls der ein oder andere Auswärtsfahrer zuhört, gebt nicht zu viel Geld auf der Rehberbahn auf und werdet nicht ausgenommen. Das geht leider sehr schnell, ja. Das geht schneller, als man denkt, liebe Leute. Also diese Auswärtsfahrt bietet alle Hand, aber es ist halt ein interessanter, aber auch gleichzeitig machbare Gegner, muss man festhalten. Denn momentan habe ich das Gefühl, dass sie anfälliger sind, als ich fast noch in der letzten Saison gedacht hätte. Gefühlt, ich bin jetzt nicht so ganz nah dran in der Zweiten Liga. Ich bin froh, dass ich das als Eintracht-Fan auch mal sagen darf, weil oft genug haben wir auf der Rasierklinge rumgejuckelt im Endeffekt. Aber ich habe das Gefühl, dass es momentan bei St. Pauli nicht alles so gut auseinandergreift. Lugukai hat früh gewarnt, dass es diesmal nicht so gut laufen könne. Ich weiß auch nicht, ob er damit so richtig gelegen hat, genau sowas denn überhaupt anzusprechen. Ja, er hat den Finger in die Wunde gelegt, wo vielleicht noch gar keine Wunde war. Jetzt hat er sie größer gemacht. Das ist jetzt nur meine Einschätzung. Aber ich glaube, es ist sportlich machbar, ansonsten auch sehr interessant. Ja, schauen wir mal. Wir werden das Ganze noch mal näher beleuchtern. Umso näher dann die Paarung oder beziehungsweise der Spieltag tatsächlich rückt. Bis dahin kann man dann auch noch mal mehr sagen. Zum einen über die Stärke des eigenen Kaders, aber auch über die Stärke des Gegnerkaders. Von daher jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber hier an dieser Stelle erwähnt. Wir dürfen dann in der Bundesliga am kommenden Wochenende wieder an einem Sonntag, was einfach eben an dieser Situation mit dem Euroleague-Spiel zusammenhängt. Ich werde gerade eben etwas abgelenkt, weil der liebe Dennis nicht nur Öko-Tipps auf Lager hat, sondern gleichzeitig auch noch unser Sendungsdokument hier von meinen Fehlern befreit. Wir spielen am Sonntag gegen Leipzig um 15.30 Uhr, diesmal allerdings auswärts. Leipzig hat am vergangenen Wochenende den Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin im eigenen Stadion so ein bisschen mit 4-0 vom Platz gewischt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, starke erste Halbzeit, ja, 3-0. Auch kein Lieblingsgegner von uns. Vielleicht aber auch ganz gut, wenn du es am Anfang der Saison halt einfach hinter dir hast und dann danach für die Hinrunde 15 Spieltage hast, wo du dich mit der Mannschaft nicht mehr so wirklich beschäftigen musst. Ja, nein, vielleicht. Du warst dran. Ja, hast schon recht, auf jeden Fall. Also ich muss wirklich sagen, Leipzig und auch andere Gegner, die wahrscheinlich am Ende der Saison leider wieder relativ weit vorne stehen werden, habe ich lieber jetzt. Wir sind auch ja gut im Soll und warum sollten wir hier nicht auch eine gute Leistung bringen? Vielleicht dann auch schon wieder mit einer Verstärkung vorne im Sturm. Also ich denke, dass da schon was drin ist. Das Spiel gegen Berlin darf man jetzt nicht überwerten. Das ist natürlich eine schwierige Situation auch für Berlin gewesen. Wirklich ein nerviges Los dann gleich am ersten Spieltag. Für uns, denke ich, ist es schon machbar, da mitzugehen. Ob wir natürlich auswärts viel dann wirklich an Punkt mitnehmen, muss man schauen. Es ist sehr gut gesagt. Es ist halt leider, leider, leider der richtig größte Wichser im Raum gerade. Das ist gar nicht böse gemein. Aber die sind halt echt eine Mannschaft, mit der ich ungut klarkomme. Und das hängt halt auch damit zusammen, dass die echt gefährlich sind. Also Leipzig kann hier, ja, kann hier der dunkle Ritter sein. Wenn wir uns die ganze Zeit über Dortmund oder Bayern unterhalten, wer die deutsche Meisterschaft unter sich aus macht, kann das echt sein, dass Leipzig da reinrückt und allen die Show stiehlt. Und da habe ich echt ein bisschen Angst. Die haben natürlich, ja, Union musste aber auch erstmal schlagen. Die kommen mit viel Rückenwind jetzt aus der zweiten Liga. Haben Bock, haben ein erstes Heimspiel in der Bundesliga zum allerersten Mal. Ah, das ist natürlich eine richtig geile Aktion. Und Leipzig macht sich da halt überhaupt keine Gedanken und haut die einfach mal 4-0 weg. Das ist natürlich krass. Also das muss ich echt sagen. Und Leipzig hat halt einen Mörderkader. Ich weiß nicht, ob wir denen Paroli bieten können. Aber ich glaube, dass wir alles zumindest daran setzen können. Und ich glaube schon, dass die Eintracht, wenn die geil genug drauf ist, die auf jeden Fall ärgern kann. Definitiv. Wir müssen halt vielleicht sogar ähnlich destruktiv spielen, wie wir das jetzt im Heimspiel gemacht haben. Nicht mit irgendwie schönen Spielen Fußball. Vielleicht müssen wir sehen, dass wir wieder einen Rebic haben, der auf den Seiten dann vielleicht agiert. Dass wir wieder Kostic haben, der am besten den Sprint von Usain Bolt nachholt und irgendwie da unseren Fokus drauf setzt. Und auf der anderen Seite halt die auch wirklich, ja, entnerven. Das wird genauso das sein, was uns vielleicht eher auszeichnen kann. Weil spielerisch, das ist eine kranke Mannschaft mit einem, ja, nicht meinen liebsten Trainer. Ja, also, ich glaube, so die Taktik, wie wir sie gegen Hoffenheim gesehen haben, ist ja auch irgendwie, jetzt fällt mir jetzt im Nachhinein oder jetzt gerade beim Reden auf, das ist jetzt so Nagelsmann alt, Nagelsmann neu, quasi so aufeinander folgend. Boah, da schüttelt es mich gerade. Aber wahrscheinlich so diese Taktik, wie wir sie gegen Hoffenheim da jetzt auch gemacht haben mit, ja, lass den anderen mal so ein bisschen den Ball und dann auf die Konter hoffen. Weil ich glaube durchaus, dass Leipzig da auch die ein oder andere Lücke anbietet, weil die ja auch gerne eher offensiv spielen. Wobei man natürlich die Abwehr bei denen jetzt auch nicht ganz außen vor lassen kann. Da sind auch schon ein paar ganz gute Brocken in der Abwehr da unterwegs. Und sie haben sich ja da auch in der einen oder anderen Position nochmal auch verstärkt. Also von daher ist es vielleicht jetzt auch, ja, könnte spannend werden da an dieser Stelle. Ja, jeden Fall. Ich glaube über die Konter und vor allen Dingen vielleicht über Standards. Wir haben ja jetzt gesehen, Kamada ist durchaus auch ein Kandidat für Ecken. Kostic ist auch immer ein ganz guter Kandidat für Freistöße. Wenn du da vielleicht den einen oder anderen Freistoß, Ecke, also irgendwas so in Richtung Standard rausholen kannst, könnte dir jetzt auch nochmal irgendwie als Eintrachter helfen. Und wir haben ja auch den einen oder anderen Spieler, der da auch gerne mal in so einen Zweikampf geht und da auch so ein bisschen provozierender Art und Weise agieren kann, sodass auch die Chance, da die eine oder andere Standardsituation vielleicht rauszuholen, gar nicht so unbegründet ist. Ja, Hot Take. Wir müssen unsere Chancen einfach auch besser nutzen. Das auf jeden Fall, Marvin, ja. Ja, ich meine, du wirst maximal die Hälfte der Chancen wahrscheinlich bekommen, wenn es viel ist. Und wir sahen ja jetzt auch in Leipzig bislang nicht so wirklich gut aus. Also da ist was wenig möglich, aber wenn, dann musst du die Chancen halt auch nutzen und dann kannst du die wirklich auch irgendwie nerven. Es ist für uns aber jetzt kein Spiel, was du gewinnen musst. Das ist jetzt auch mal positiv. Wir haben das erste ganz, ganz wichtige Spiel gegen Hoffenheim gewonnen, die im Laufe der Saison hundertprozentig noch stärker werden. Und jetzt können wir uns zurücklehnen und können erstmal, wichtig ist, dass wir gegen Straßburg auch gut performen. Und dann können wir gegen Leipzig mal sehen, wie der Hase hier so läuft. Wir können die so ein bisschen anrennen lassen, können von uns ja auch sehen, dass wir vielleicht den Gegner entscheidend nerven. Ey, und wenn der Game Changer vielleicht mit Bas Dost auch da ist, wenn er es nicht rechtzeitig zu Straßburg schafft, dann ist es auch mal eine andere Kante wie einen juckeligen Timo Werner, der dann sich fein lässt, wo es nur geht. Oder halt auch einen Yusuf Pausen, der zwar umtriebig ist, aber auch ein anderer Spielstürmer ist, kann ich mir schon ein bisschen was vorstellen. Ja, aber es ist halt wirklich... Sorry, erst du, René. Okay. Ja, mach du. Also im Endeffekt für mich ist eigentlich in dem Spiel wieder, und da bin ich auch deshalb, René, du hast es vorhin auch schon angesprochen gehabt, Defensive ist doch eigentlich hier Trumpf. Du musst hier gucken, dass du im Endeffekt wieder stabil stehst, dass du im Endeffekt einen guten Tag hast, weil da wird einiges aufs Tor kommen. Da können wir uns im Endeffekt, ja, mit Sabitzer, den sie ja auch in ihren Reihen haben, ihr habt es schon gesagt, gerade mit Paulsen und Werner sind natürlich da wirklich Spieler da, die eine ordentliche Qualität haben. Jetzt kommen wir aber doch mal zu dem Punkt, man muss schauen, ein Spielertyp, gerade auch, vielleicht kommt ein Rode wieder mal von Anfang an ins Spiel, der dann auch den Leuten richtig auf die Nerven geht, auf den Füßen steht. Und dann kommt auch ein, Hoffenheim sagt schon, Leipzig ist, finde ich, noch nicht so im Rollen, dass diese Automatismen so weit schon ausgeprägt sind, dass die jetzt im Endeffekt, System 1 funktioniert nicht, machen wir System 2, 3, 4. Wir können jetzt daraus lernen, schauen, was haben die letzten Spiele eigentlich gespielt, das analysieren, im Endeffekt das System unterbinden. Und ich glaube nicht, dass Hoffenheim, sag ich als, weil dieser dämliche Nagelsmann, der geht mir so auf die Nerven auch, Leipzig noch nicht so weit ist, dass sie ohne Probleme ihr System switchen können. Und dementsprechend, da sehe ich unsere Chancen. Und wenn du dann noch so eine, ja, für Leipzig auch nicht einzuschätzende Variante hast und darum nochmal auf Marvins Stürmer, Bas Dost oder Sonstiges da vorne oder irgendein Clou, den du dir jetzt noch einfallen lässt, den du vorne reinstellst und spielen lässt, Jovelic, weiß man ja auch nicht, ob er jetzt vielleicht dann nochmal in so einem Spiel kommt, ob der so gut für die Gegner einzuschätzen ist. Und dann hast du eigentlich doch auf deiner Seite sehr viel mehr Unvariablen, die im Endeffekt vielleicht auch für Leipzig schwierig einzuschätzen sind. Wenn wir gut stehen, da kann schon was gehen. Also ich denke, da ist schon was drin. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Sorry, René, jetzt du, sorry. Ich finde, du hast ja einen wichtigen Punkt angesprochen. Das könnte nochmal so ein wirklicher Punkt für uns sein. Nagelsmann ist da auch neu. Der hat sich da vielleicht jetzt auch noch nicht so etabliert. Ich weiß nicht, wie das in dem Mannschaftsgefüge ist, wie viele Fürsprecher er tatsächlich für sich und seine Art da irgendwie hat und ob die dieses Systemnagelsmann da jetzt schon so verinnerlicht haben, dass wenn wir sie da aus dem Konzept bringen, dass da so ein bisschen ein Stolperstein sein könnte. Und jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, was ich gerade eben sagen wollte. Ach so, ja, genau. So ein bisschen, und damit wollte ich überleiten zu dem Thema mit der Aufstellung, weil wir da ja so den einen oder anderen Spielernamen schon genannt haben. Für mich ist das auch so ein bisschen abhängig davon, tatsächlich wie dieses Donnerstagsspiel ausgeht. Weil ganz ehrlich, Leipzig dazwischen am zweiten Spieltag, wo du per Definition ja sowieso nicht dir die größten Chancen ausrechnest, würde ich als Adi Hütter, je nachdem wie das Hinspiel gegen Straßburg läuft, nicht volles Risiko gehen, sondern auch lieber die ein oder andere Personalie da erstmal rausnehmen, um sie vielleicht für das Rückspiel zu schonen. Und dann vielleicht, ich will jetzt nicht abschenken sagen, aber jetzt nicht irgendwie Vollgas mit sechs Zylindern fahren, sondern eher so, ja, zweiter Gang, drei Zylinder und hoffen, dass es hinten irgendwie nicht total kracht. Ja, also weiß ich nicht, ob das so, wie er da denkt, aber das wäre für mich auch nochmal so ein sehr ausschlaggebender Punkt, wie ist das Hinspiel in der Playoff-Runde der Euroleague. Das wäre für mich jetzt erstmal der größere Bocken als jetzt Leipzig am zweiten Spieltag. Ja, es ist halt immer dieses Schwierige, wo setzt du deinen Fokus? Wir haben ja immer gesagt, Fokus, Bundesliga, komme, was wolle. Da versuchen auch gerade am Anfang, was wir ja auch eben gerade angesprochen haben, wo der Verein vielleicht noch nicht so ganz im Rollen ist, Leipzig, wo du noch eine Chance hast, auch wenn du in Bestbesetzung und 110 Prozent gibst, da wirklich drei Punkte oder zumindest was mitzunehmen generell, ist natürlich dann wieder sowas, was sauweh tun würde. Auf der anderen Seite müssen wir abwarten, was am Donnerstag ist, wenn du da natürlich komfortabel gespielt hast. Dann kannst du nochmal sagen, komm, jetzt gib es nochmal und dafür rotieren wir dann im nächsten Heimspiel ein bisschen. Es ist wirklich super abhängig von dem Donnerstagsspiel. Es ist für mich halt genauso ein strategisches Element, wie wir eingangs gesagt haben, dass die Situation, dass wir diesen Videoschiedsrichter haben, ja auch mittlerweile so ein strategisches Element ist. Und du musst halt einfach gucken, wie du deine Gegner oder wie du deine Spielfiguren da in diesem Spiel aufstellst, um da halt irgendwie das Maximum rauszuholen. Auf jeden Fall, Martin, wie siehst du das denn? Der Videoschiedsrichter als strategisches Element finde ich eine geile Überschrift. Könnte man auch als Sendungstitel nehmen. Ich kann es ja nochmal im Hinterkopf behalten. Ja, also was soll ich sagen? Ich bin sprachlos, ehrlich gesagt, aufgrund dieser Wortfindung. Nee, ich schließe mich euch an, weil ich habe dazu keine Meinung. Also ich schließe mich an, ihr habt alles Gutes gesagt. Sehr gut, wir werden gelobt, das ist schön. Dann lasst uns überleiten zur Aufstellung. Ich schreibe jetzt mal Trapp fürs Tor hin, weil ich glaube, da wird wenig Diskussion stattfinden, auch wenn Renault noch im Kader ist. Aber ich glaube, so wirklich viel Spielzeit wird er da momentan nicht bekommen. Aber spannend wird es dann zum Beispiel gegen Leipzig schon davor. Also Abwehrreihen. Warte mal, aber jetzt haben wir doch, wir haben gar nicht die Ausstellung für Straßburg gemacht, oder? Das ist richtig, das ist mir in dem Moment auch eingefallen. Die können wir dann gerne danach nochmal machen. Erstmal Leipzig zu Ende. So. Boah, schwierig, schwierig. Also im Endeffekt können wir doch fast alle Punkte genauso abhandeln, wie sie zuletzt gemacht wurden. Also dass die Eintracht, ja, keine Ahnung, ich würde nicht komplett sagen, dass die Eintracht sich großartig anders ausstellt wie zum letzten Duell, was ja funktioniert hat gegen Hoffenheim. Für mich stellt sich halt die Frage im Sturm. Da könnte eventuell der neue Stürmer reinkommen wie Bastost. Ansonsten würde ich eigentlich fast nur die Position im defensiven Mittelfeld wieder zur Frage stellen, oder? Ja, unbedingt. Das heißt, du hast in der Abwehr hast du wieder Hinti, Hasebe, Abraham. Genau. So, dann hast du... Hinterecker, muss man auch mal sagen, mit einer bärenstarken Partie. Nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, sondern weil er auch im richtigen Moment gestern wieder abgeräumt hat, wie Boy, oh Boy, das war ziemlich Jesus. Ja, also ich glaube, hier Freund Skoff, der war vorher auch so ein bisschen Hinti was und jetzt wird er sich auch zweimal da irgendwie umgucken. Also der wirkte auch schon sehr genervt. Und diese Story mit dem Krampf und wie sich das anfühlt, die habt ihr ja bei Fußball 2000 schon runtergerissen. Das ist natürlich noch mal so eine Kirsche auf diesem Sahnehäubchen da oben. Auf jeden Fall. Das muss man sagen. Das ist ein richtig geiler Typ. Aber ich mag das auch. Er zeigt wieder, warum er unser geiler Typ ist, muss man auch recht mal sagen. Und er hat es bewiesen, weil zuletzt gab es ja so ein bisschen hier und da, ein bisschen, ja, was ist denn mit einem Hinteregger, der wird mir zu viel gehypt. Diesmal hat er es mit Leistung gezeigt. Ich denke, jetzt ist der Käse gegessen. Jeder weiß, dass wir hier einen Innenverteidiger beziehungsweise einen Verteidiger oberster Güte bekommen haben, der unsere Saison noch weitererufen wird. Und Grüße nach Augsburg, da sah es ja in der Innenverteidigung nicht ganz so gut aus. Ja, ist richtig. So, Mittelfeld. Kostic links und da Kosta rechts oder da dann doch schon Dom? Nee, doch, ich würde mit der Kosta spielen. Aber ich bin bei Marvin auch für die Sechser-Position. Da müsste meiner Meinung nach noch mal drüber nachgedacht werden, weil du natürlich ein Rode auf der Bank hast, ein Toro auf der Bank hast. Das ist für mich auf jeden Fall auch noch mal eine Option, da zumindest einen der zwei, Corr oder Fernandes zu wechseln. Denn so, also Fernandes, was da wieder nervig war, wann hat er denn die gelbe Karte bekommen? Das war auch wieder so eine Situation. Nee, das war 60. Minute. Ja, es waren Situationen. Ich glaube, das ist ein Spieler, der mir zwar generell ganz gut gefällt, aber über kurz oder lang denke ich schon, dass ein Rode oder ein Toro auf der Position ein bisschen stärker einzuschätzen ist. Oder wie seht ihr das? Ja, also mein Take oder mein Punkt wäre jetzt in der Tat, ich würde sagen, im Spiel gegen Leipzig sehen wir da einen Toro und einen Fernandes. Ja, würde ich mitgehen. Nee, stopp, Gott. Nee, Toro würde ich noch nicht setzen. Ich habe das Gefühl, dass der aus irgendeinem Grund gar nicht so weit ist, wie ich es gedacht hätte. Ich gehe fast eher mit Fernandes und Rode. Und ich würde sagen, dass Rode gegen Leipzig auch echt ein sehr, sehr guter Spieler sein könnte, der nämlich nicht nur halt derjenige ist, der irgendwie grobschlechtig hier unterwegs ist, sondern durchaus auch so ein bisschen spielerisches Element mit reinbringen kann. Ich glaube, das kann hier eine spielerische Verbesserung werden. Deswegen hast du mit Fernandes jemand, der sehr strategisch unterwegs ist und mit Rode jemand, der noch ein bisschen das spielerische Element mit reinsetzt, wo ich auch sagen muss, warum ich auch hinten nichts verändere, ist, dass mir sehr gut gefallen hat, wie sehr Abraham im letzten Spiel die Dinge direktiert hat, wie er auch mit den Spielern und auch mit dem Trainer in kurzen Pausen gesprochen hat, versucht, das Ganze umzuleiten, das dann auch teilweise weitergegeben hat an Fernandes, der ebenfalls sehr viel mit seinen Mitspielern spricht. Ich glaube, das sind so Softfacts, die wir manchmal nicht sehen, weil wir ja oftmals einfach darauf gucken, wie spielen die Spiele, wie verteidigen sie, wie sind die Bad Pässe und so weiter und so fort. Aber das sind so die kleinen Dinge, die, glaube ich, ein Spieler sehr, sehr wichtig innerhalb eines Teams machen. Und da muss man sagen, ja, wir denken dann immer, Fernandes, naja, gut, die Zeit ist langsam gekommen, wir haben andere Gute oder Abraham genauso. Tatsächlich, tatsächlich, ja. Wie ich ja letzte Woche selber gesagt habe, ich bin ja auch selber jemand, der sagt, Dika wäre eigentlich der Perspektivspieler, den ich dauerhaft spielen lassen will. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, natürlich kann Dika nicht diese Position übernehmen, die Abraham auch als Kommunikator einfach hat. Und da muss ich sagen, ist es vielleicht gegen so Spiele wie Leipzig extrem wichtig, dass die dann noch auf dem Platz sind. Okay, also haben wir Kostic, da Kosta außen, Rode, Fernandes auf der Sechs und dann die spannende Frage, Einstürmer oder Zwei-Stürmer und wer spielt ganz vorne und wer spielt hinter den Spitzen? Also, mir hat eigentlich Kamada sehr gut gefallen, den würde ich gerne im Kader lassen. Jetzt sind wir natürlich bei der Problematik, in Rebic sowieso, also wenn er fit ist und so weiter, finde ich es auch. Jetzt ist natürlich mit Gassinovic die Frage, wenn er durch einen neuen Mr. X ersetzt werden kann, würde ich mit zwei Stürmern spielen und Rebic sozusagen so ein bisschen hängend, dass er auch mal über die Außen gehen kann. Kamada dann an der Position wäre dann so ein bisschen Zehner. Ja, also ich würde es genau so machen, dass ich Kamada spielen lasse. Rebic übernehmen die Gassinovic-Position und die frei werdende Rebic-Position wird dann dementsprechend zu dem neuen Stürmer, bei dem ich immer noch denke, dass Brostos bis Sonntag wird übernehmen. Sofern das nicht der Fall ist, würde ich Rebic wieder nach vorne hinstellen. Gassinovic trotzdem aufgrund der Tatsache, nee, ich würde ihn nicht nach vorne stellen, Rebic, sondern ich würde Rebic dann auf die Gassinovic-Position stellen und würde stattdessen Patienz ja spielen lassen, dem ich eine Chance gebe, gegen Leipzig zumindest in der körperlichen Robustheit zu zeigen, welche Qualitäten er hat. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es gegen Leipzig wichtig wird, körperlich präsent zu sein. Und da muss er halt dann noch mehr machen. Also ich meine, das kann ja auch eine riesige Chance für Patienz ja sein, wenn wir bis dahin noch keine neuen Stürmer haben, halt einfach ein bisschen mehr Wut zu zeigen. Das fehlt mir bei ihm. Weißt du, der sieht so aus wie so ein lieber Teddybär jetzt direkt aus dem, was weiß ich, aus dem portugiesischen Freischwimmbad gekommen. Der könnte auch bei der Neuauflage von Baywatch mitspielen, so sieht der aus. Der wird sich super mit David Hessler auch verstehen, aber der muss halt mal ein bisschen wütender werden. So ein bisschen mehr Hass. Und das braucht er gegen Leipzig. Es gibt keinen besseren Gegner als Leipzig, um das mal zu zeigen. Und dann kann da auch noch mehr werden. Ich weiß, dass intern die Hoffnung auf Patienz ja ruhen, jemand wirklich zu werden, der auch mit viel Geld wieder verkauft werden kann, dann muss es aber auch mal geliefert werden. Und dann sind nicht solide Laune-Veranstaltungen wie gegen Hoffenheim die Ansage, sondern da muss mehr gebissen werden. Und das ist eine Chance für ihn. Deswegen, wenn es so kommt, dass wir noch keine neuen Stürmer haben, Rebic-Kacinovic-Position, der kann er ja auch mit Kamada ein bisschen verschieben, kann er auch tauschen. Und vorne Pacienza, der beißen muss. Das ist mein Ziel. Vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen davon verabschieden, dass Pacienza ein Einwechselspieler ist, dass er einfach die Zeit braucht oder in der Halbzeit schon eingewechselt werden muss. Das gibt es ja. Es gibt ja viele Spieler, die nicht mehr ins Spiel kommen, wenn sie einfach zu spät kommen. Das ist... Muss man einfach mal schauen, wie das jetzt bei Pacienza mal ein bisschen beobachten, aber... Danke, dass du den Gag liegen lassen hast. Was meinst du? Danke, dass du den Gag hast liegen lassen. Grüße. Okay. Marvin, übernimm du das doch für mich. Nein, Quatsch. Das geht dann in den Outtakes, ja? Ja, auf jeden Fall. Okay. Finde ich eine spannende Ausstellung, dann tatsächlich dann mal so zu agieren und für mich steht und fällt das Ganze halt wirklich so ein bisschen mit der Frage, haben wir Mr. X oder Mr. Dost da am Sonntag am Start oder nicht? Ist aber natürlich auch die Frage, das stimmt schon, was auch David vorhin noch kurz angedeutet hat, ist das wirklich sinnvoll, dann ein Spieler, der null Tage mit der Eintracht trainiert hat oder einen Tag dann im Endeffekt da direkt dann reinzuwerfen. Gegen Leipzig weiß ich auch nicht, ob das jetzt unbedingt dann super sinnvoll ist, aber zumindest als Einwechselspieler. Also ich denke, von Beginn an, da müsste er jetzt schon wirklich heute oder morgen so ungefähr kommen, dass da zumindest noch ein bisschen Eingewöhnungszeit ist. Ich glaube, sonst wird es wirklich ein bisschen schwierig, den von Beginn anzustellen. Oder? Wie sieht man das? Weiß ich nicht. Also das wäre für mich halt wirklich dann ausschlaggebend, je nachdem wie das dann vielleicht in so einem ersten Mannschaftstraining halt auch läuft. Ich meine, wenn du siehst, die Mannschaft funktioniert, die können miteinander, da gibt es sofort irgendwie Kontakte und das funktioniert irgendwie alles. Und wir würden ja jetzt bei Dost auch, reden wir ja jetzt nicht irgendwie von einem, der noch nie in der Bundesliga gespielt hat, der auch sich noch nie irgendwie mit einem anderen Klub beschäftigt hat, sondern der hat ja einfach auch eine gewisse Erfahrung. und auch nur im Strafraum eigentlich verwerten soll vorne. Ja, was heißt nur, aber es ist halt schon eine wichtige Position. Klar, aber also ich halte es jetzt nicht für komplett ausgeschlossen oder für komplett unmöglich, das zu tun. Nee, nee, klar, auf jeden Fall. Stimme ich dir zu. Also, René, stimme ich dir zu. Ich glaube, das sollte möglich sein. Der kennt die Bundesliga, der weiß, wo das Tor steht, der macht die Tore. Ja, man muss aber natürlich auf der anderen Seite auch bedenken, es ist natürlich auch eine Ansage an deine anderen Spieler, die du für die Position noch im Kader hast. Wenn du einen Spieler hast, der jetzt irgendwie am Donnerstag zur Mannschaft kommt, am Sonntag hast du das Spiel in der Liga und du lässt halt dann deine anderen beiden Stürmer, die schon seit Monaten und Wochen da sind, lässt du halt außen vor und setzt denen halt direkt den neuen da rein. Ja, aber das musst du natürlich auch kommunikativ begleiten, weil ansonsten hast du natürlich dann so die nächsten Nachfragen, die dann da irgendwie kommen. Wer sind damit denn die zwei? Patienzja sehe ich, aber wenn du jetzt Joviliac meinst, ich glaube, das ist ja für den, der ist so jung, das ist glaube ich, dem ganz gut beizubringen, dass er einfach nicht verheizt wird und gerade gegen Leipzig. Ja, an der Stelle wird es dann noch sicherlich eher gehen, aber anstelle von so einer Patienzja würde ich dann schon mal so leicht die Augenbraue heben und mal fragen, warum Chef? Also ich glaube ganz ehrlich, dass Joviliac verwundert ist, dass er überhaupt schon so viele Spiele gemacht hat. Das könnte natürlich auch sein, ja. Ja und bei Patienzja ist es halt einfach so, dass er seine Chancen auch bekommt, die muss er halt nutzen, wenn das nicht der Fall ist, gibt es Konkurrenz. Wir sind hier bei einem Bundesliga-Verein, der international unterwegs ist und das ist eine Konkurrenz, in der er sich stellen wollte. Er hatte letzte Saison wesentlich höhere, kam trotzdem zu gewissen Einsatzzeiten, hat gewisse wichtige Tore gemacht. Ich erinnere hier an das wichtige Tor in Portugal, auswärts und er kann das weiter, er wird hundertprozentig seine Einsatzzeiten bekommen, er wird hundertprozentig auf über 20 Spiele in der Saison kommen, aber da muss er halt stechen und das ist genau das, was er machen muss und ey, wir können nicht deswegen da sagen, ja tut mir leid, das geht halt nicht und das war ihm aber auch bewusst. Ich glaube, das wird kommunikativ abgefahren. Die Stürmersuche ist ja spätestens nach dem Allaire-Abgang vollkommen in Gang gesetzt worden und da kann er sich schon denken, na gut, dass er jetzt nicht automatisch die Nummer 1 wird. Aber ich glaube, da ist Hütter gut genug dran. Ja, das denke ich auch. So, dann lass uns mal noch schnell hier die Tipps für Leipzig machen, Herr Dr. Marvin. Oh boy, oh boy, ich werde niemals gegen die Eintracht, deswegen sage ich, es wird ein enges, enges 1 zu 1. Denise? Ich glaube, es fallen mehr Tore, aber die Punktausbeute ist ähnlich, also ein 2 zu 2. Ja, das wäre in der Tat auch mein Tipp gewesen, ich sage auch 2 zu 2. Wäre mega, ey. Wäre echt mega, ja. Wäre ein geiler Start in die ganze Saisongeschichte rein. Ja. So, dann müssen wir natürlich jetzt, wie Dennis gerade eben so richtig anmerkte, haben wir noch keine Aufstellung für Straßburg uns hier aufgeschrieben, deswegen müssen wir das jetzt hier noch nachreichen im Tortrap, oder? Ja. Und ich glaube auch, ja, Abwehr, so ein bisschen durchrotieren, wirst du wahrscheinlich mal müssen. Ich würde tatsächlich da Nika als Landsmann des Gegners eine Chance geben und ihnen dann, ja, das ist jetzt die spannende Frage. Aber im ersten Spiel weiß ich nicht, auch da auswärts, ich glaube, ich würde tatsächlich so mit der Abwehr spielen, wie wir es haben. Wir müssen dann eher gucken, wie kannst du mal rotieren im Rückspiel dann. Also ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, also ich habe jetzt zwei Dinge im Kopf, ich würde Hasebe auf jeden Fall drin lassen, weil ich glaube, dass er einfach wichtig ist, da hinten raus und entweder Abraham ersetzen durch Nika, ich könnte mir aber auch durch vorstellen, auf dieser Halbrechtsverteidiger-Position ein Touré spielen zu lassen. Tja, ich sage dir mal eins, ich würde gar nichts ändern. Also ich würde maximal im defensiven Mittelfeld eine Änderung vornehmen, wenn Rode sich fit fühlt, würde ich den schon stellen, auch anstatt Cordes, also das Ähnliche, was wir eben gesagt haben. Ich würde auch vorne halt maximal Gacinovic rausrotieren lassen, wenn sich da was tut. Da würde ich vielleicht auch Rebic, ja, Pacienza, da würde ich, ich würde jetzt nicht großartig anders aufstellen, als ich eben schon gesagt habe. Also ich würde auch ansonsten wirklich wenige Wechsel, weil ich glaube, die Jungs wollen sich auch erst mal einspielen. Du wirst früh genug zu irgendwelchen Wechseln kommen. Ich glaube, ich würde mir keinen Gefallen. Von der Physis her müssten sie ja jetzt in der Lage sein, auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Runden hier noch irgendwie durchzulaufen. Das sollte jetzt eigentlich kein Thema sein. Ja, gehe ich auch von aus. Aber wen würdest du denn dann auf dieser Sechser-Position auch mit Rode und Fernandes? Ja, würde ich gut finden. Wenn du nicht dabei einschläfst. Na, ich schlafe gar nicht. Ich fände es aber auch mal schön, Toro eigentlich zu sehen. Das ist natürlich die Frage, ob der in so einem Spiel, es ist die Frage auch, ob tatsächlich es so sich bewahrheitet, was David ja so ein bisschen gesagt hat, defensiv, wenn da natürlich ein sehr defensiver Gegner kommt, denke ich, hätten wir natürlich auch mit einem Toro jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr am Ball kann oder auch einen Kor, der vielleicht dann auch endlich mal ein bisschen, wo der Knoten platzt, ja auch mal was nach vorne machen kann. Bin ich jetzt gar nicht so der Fan von Fernandes. Also, ja. Ja, das wäre auch mein Kandidat. Also, ihr meint trotzdem Fernandes raus und dafür entweder Toro oder Rode rein, ja? Ja. Ne, Rode würde für mich daneben spielen und ich würde dann sagen, anstatt Fernandes entweder, also ich würde fast sagen, mehr Toro als Kor. Also, ohne jetzt genau detailliert zu wissen, wie fit er da jetzt tatsächlich ist, wie du schon sagtest, Marvin, es könnte auch durchaus sein, dass er da noch so ein bisschen hinten dran ist, aber rein von der Spielart, von der Spielintelligenz und da vielleicht eins zu haben, der auch von der Position heraus nochmal irgendwie diese sprichwörtliche Dose so ein bisschen öffnen kann, wäre so ein Mittelfeld aus einem Rode und einem Toro würde ich schon irgendwie ganz geil finden. Na, dann machen wir es doch einfach mal so. Können wir mal so festhalten. Sehr gut. Ich meine, was ist das für ein geiles Mittelfeld? Du hast einen Kostic und bei Kosta auf der Außen du hast einen Rode und einen Toro in der Mitte. Davor lässt du einen Kamada und einen Rebic spielen und ganz vorne irgendwie einen Paciencia oder irgendwas. Da kannst du halt schon als Gegner sich mal denken, so, okay, und was soll das bitte werden? Also, wird schon geil. Ja, auf jeden Fall. Richtig Bock. Da hätte ich auch definitiv richtig Bock. So, wo ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich hier an dieser Stelle auch richtig Bock habt, ist zu erfahren, was wir uns denn heute für einen Spieler ausgesucht haben in unserer Kategorie Was macht eigentlich? Du musst erstmal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich? Ja, was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Ich liebe diesen Jingle so abgrundtief. Es ist wunderbar. Sehr, sehr cool. Ich sage nochmal vielen, 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 vielen Dank. So, und der Spieler dieser Woche kommt von Marvin und ich bin jetzt mal gespannt, wen du da rausgesucht hast. Boi, oh boi, liebe Leute, jetzt wird es merkwürdig. Murat Buonoa, wer kennt ihn noch? Murat? Nee, überhaupt nicht. Der ist im Januar 1999, also Transferperiode, Wintertransferperiode, zur Frankfurter Eintracht dazugestoßen, in einer, boi, oh boi, dunklen Zeit, ja, 99, oh Gott, ich hasse es, wirklich in der Winterpause ist er gekommen. Trainer damals, jemand, bei dem ich Hoffnung hatte, dass es funktioniert. Ich habe übrigens Murat Buonoa genommen, weil der aus Mühlhausen kommt, Mühlhausen ist ja nicht von Straßburg und da kann man ja wieder ganz gut den Kreis irgendwie schließen, aber damals ist er gekommen, unter dem Trainer Reinhold Fanz. Wisst ihr noch, Reinhold Fanz? Ganz tief, ganz tief in meinem Hirn ist da irgendwas, ja. Es war eine dunkle Zeit, denn Reinhold Fanz ist dann irgendwie gekommen und wir haben gedacht, okay, das wird jetzt ein richtig geiler Typ und ja, man hat so ein bisschen was gehört, das hat nicht so gut funktioniert. Auch installiert wurde beispielsweise Gernot Rohr, damals nicht in seiner normalen Station, als, was er relativ häufig ja gemacht hat, dass er irgendwie Trainer war, nein, der kam zur Frankfurter Eintracht im Winter 1998, ist dort Sportdirektor gewesen. Eigentlich eine smarte Angelegenheit, man hat damals gedacht, okay, naja, wir brauchen ein bisschen Kontinuität nach den letzten Umwerfungen, man hatte ihn dann geholt von Gérard Daud de Bordeaux, der längere Zeit wirklich auch erfolgreich war dort und das hat dann aber bei der Eintracht gar nicht funktioniert, dass er wieder zurück nach Frankreich und dort erfolgreiche Trainer gewesen, dann auch jetzt glaube ich immer noch Nationaltrainer von Nigeria, also gar nicht so schlecht, aber um wieder zu dem Spieler Murat Buonoa zurückzukommen, der hat unter Reinhold Fanz noch ein paar Spiele gemacht, der hatte auch eine sehr, sehr merkwürdige Karriere vorher, ist irgendwie eigentlich ein Franzose, ist aber früh erst mal nach Basel und dann irgendwie nach Zelle gekommen, also nach Niedersachsen, wie man freiwillig von Basel nach Niedersachsen geht, keine Ahnung, können die User ganz gerne beantworten, schreibt in die Kommentare, wir haben hier auch für YouTube. Ja, ist dann, wie gesagt, bei den Stuttgarter Kickers gewesen, dann zu Frankfurt der Eintracht, hat aber wirklich nicht viele Spiele gemacht. Sieben Stück, ja. Ja, genau, also unter Fanz waren das halt noch ein paar, da hat es noch ganz gut funktioniert, aber kaum kam der neue Trainer, neue Trainer, ja, auch nicht so wirklich, ja, also wie, nochmal, danach kam Jörg Berger, da hat er kaum noch Spiele gemacht und dann ist er halt gegangen zur Hannover 96 und dann begann eigentlich ein weiterer, kurioser Weg von Murat Buonoa, denn er ist weiter durch die Wallach, Fußball-Wallachei getingelt von Hannover 96 erst mal, er war erst mal arbeitslos gewesen, dann zum St. Pauli, St. Pauli eigentlich relativ viel Erfolg gehabt, also hat auch regelmäßig Spieler, sogar ein paar Tore gemacht und dann ging es durch den Brinkumer SV, Oberneuland, Goslar SC, Rahmlingen, Walzrode, meine Güte, der könnte mir wirklich nicht erzählen, als Walzrode ein Kopfverein ist, aber ich meine, da war er natürlich auch schon älter und so wie ich das sehe, spielt er heute, hat er bis 2014 noch gespielt und jetzt ist er Trainer mit 47 beim Kreisligisten Wisselhöfe, ja, nicht ganz, er ist, wenn ich das so richtig lese, ist er mit 47 Jahren aktuell Spielertrainer bei dem VfL Wisselhöfe. Genau, und das reicht ja im Endeffekt immer noch für, mit 47, also muss man sagen, Respekt, also Wisselhöfe, da hat sich da auf jeden Fall jemanden geholt, ist jetzt mit seinem Bruder zusammen, der nur Trainer ist, also mit 47 immer noch aktiv gegen Ball treten, reicht anscheinend in der Kreisliga, der hat ein gewisses Talent gehabt, es hat leider nicht für die Bundesliga dauerhaft gereicht, aber immerhin hat er ein Länderspiel in Marokko gemacht, der ehemalige deutsch-französische Fußballer oder ist ja noch Fußballer, ist eine ganz kuriose Geschichte, ich kann mich an den Namen noch ganz genau erinnern, weil wesentlich mehr Hoffnungen damit verbunden waren, als es im Endeffekt, ja, als er im Endeffekt bei rumkam, aber wie gesagt, die Reinhard-Fanz-Zeit habe ich sowieso echt eine schlechte Erinnerung, das war echt ein Scheiß-Trainer-Flop, was der mir auf den Sack ging und dann ist er dann irgendwann, hat er dann Kuba gecoacht, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, war Reinhard-Fanz dann irgendwann Kuba-Coach, aber das hat er alles in Bonn gemacht und dann, ach naja, also was da alles gelaufen ist, da kann der Trainer Bader, wenn er jetzt hier zuhört, hat bestimmt die eine oder andere Anekdote auf Lager, die er uns irgendwie erzählen kann, aber wie gesagt, Murat Buonor, er war bei der Frankfurter Eintracht, leider muss man aber auch sagen, in einer Zeit, ja, die nicht richtig rollend war. War jetzt nicht so die geilste Zeit ever. Nur ganz kurz, da, Buonor, er war in der Zeit da, als Scholt-Petri auch bei der Eintracht war, der dann immerhin erfolgreiche Torwart-Trainer war bei Hoffenheim, aber, und das war nicht der schlimmste Transfer, also insofern, Murat Buonor, er ist auf jeden Fall jemand, der ein Kuriosum der Eintracht darstellt, aber er hat schöne Haare, zwischenzeitlich die Haare blond gefärbt, das war besonders traurig. Amen. Großartig. Ja, sehr schön. Damals übrigens, als er zu St. Pauli gewechselt hat, Pauli noch in der Regionalliga Nord, also. Das war vielleicht der Grund, warum er da so erfolgreich war. Ist dann halt auch krass, aber klar, wenn du dann irgendwie ein paar Jahre erst mal nicht spielst, und dann irgendwie, oder, keine Jahre, aber trotzdem eine gewisse Zeit nicht spielst, bist du auch froh, dass du überhaupt irgendwo hingehst. So ist es nämlich, ja. Aber lustig, genauso, also in den ähnlichen Zeiten, der er kam, ist auch eine Legende gekommen, Jan A. gefjördhoft, ist in dieser Saison auch zur Frankfurter Eintracht zugestoßen. Und das war dann eine durchaus erfolgreiche Geschichte, aber andere erfolglose Leute, die auch gewechselt sind, über die werden wir vielleicht in den nächsten Folgen noch sprechen. Bestimmt. Nein, sehr schön rausgesucht. Der ein oder andere wird uns da sicherlich noch einfallen. Ich habe da noch den ein oder anderen Namen auch im Hinterkopf. Alter, wie viele Namen ich jetzt schon wieder gesehen habe. Also es ist ein Fass ohne Boden. Das ist, ja, die Transfer oder die Historie von ehemaligen Eintrachtspielern ist ein Fass ohne Boden. Sehr schön. Dann vielen Dank, lieber Marvin, dass du uns einen wunderbaren Spieler rausgesucht hast. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da euch nochmal durchklicken wollt, ich haue euch mal den Transfermarkt-Link mit der ganzen Historie in die berühmt-berüchtigten Shownotes. Und dann müssen wir natürlich jetzt auch nochmal generell in unserer zweiten Kategorie jetzt nicht auf einzelne Spieler, sondern auf das gesamtspielerische Kunstwerk der Eintracht von vor 20 Jahren richten. Liebe Zuschauer, Alexander Schuh. Jetzt ist Schluss. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! Und wir gucken heute auf den ersten Spieltag der Bundesliga-Saison 1999-2000. Damals eine wunderbare Bundesliga-Konstellation ohne Hoffenheim unter anderem. Die bekommt's heute auch ab. Die bekommt's heute auch ab. Damals, wie auch heute, haben die Bayern im ersten Spiel, am ersten Spieltag nur unentschieden gespielt. Damals ein 2-2 gegen den Hamburger Sportverein. Und wir konnten auch damals schon unser erstes Spiel in der damals noch auch sehr jungen Saison erfolgreich über die Bühne bringen. Und zwar ein 3-0. Und wisst ihr noch, wer der Gegner war? No clue. Die Spielvereinigung Unterhaching. Oh, geil! Was ne Mannschaft! Drei Tore in der 38. Minute Rolf-Christel-Gumion, in der 48. Minute Jan-Ager-Fjörthoft und in der 88. Minute Salou. Vor 40.000 Zuschauern auch damals schon ein Heimspiel. Bashiru, Salou! Bup, Bup! Genau, unsere komplette Aufstellung war Nikolov im Tor, davor Bindewald, Kracht, Zampach gepaart, Held Jansen, Weber, Fjörthöft, Gemier und Salou. Nicht so schlecht. Halt schon irgendwie geil, wenn du das alles nochmal so liest. Ja, Gemier war echt so ein Spieler, fand ich echt gut, muss ich sagen. Also es war irgendwie, weiß nicht, ein bisschen, ich hatte so gedacht, Okocha 2.0, das hat nicht so gut funktioniert, aber er hat trotzdem Ansätze gehabt, es war schon, war schon interessant, aber überhaupt jetzt erstmal gut in die Saison gestaltet, würde ich meinen, oder? Ja, definitiv, also da kannst du glaube ich echt nix, nix dagegen sagen, wenn du dir das so alles anguckst, ein solides 3-0 gegen Unterhaching, gut, waren jetzt auch damals nicht unbedingt so der Meisterschaftskandidat. War das denn erste Bundesliga-Saison? Das versuche ich in der Tarnkarte rauszukriegen, gute Frage, weil in meinem Kopf da auch so ein bisschen die Frage gerade auftauchte, ob das so ist. Es ist aber auch, ich finde, also echt keine, keine schlechte Aufstellung, ne? Astrale Weber am Start, Bindewald, Taktik-Gott, die ich jetzt festgestellt habe, macht ja jetzt auch anscheinend Taktik-Videowettbewerbe, ja, Thomas Zampach kennt sich anscheinend sehr gut aus, ja, und Baschi Rusoglu, er hat wenigstens mal getroffen, also es war in der Tat die erste Bundesliga-Saison, die waren davor in der zweiten Liga, ja, ist korrekt. Ah, okay, alles klar, wow, das ist schon geil, also irgendwie, ja, ich weiß nicht, Unterhangen, wie habt ihr die damals gesehen, da dürfte auch schon Trainer Lorenz-Günter-Köstner gewesen sein, gehe ich mal von aus, ne? Hatten die jemals einen anderen Trainer? Ne, ich glaube, der macht das immer noch, macht das immer noch, genau. Ja, es ist, ja, irgendwie eine, also eine interessante Kiste, irgendwie, ich muss sagen, ich fand Unterhangen irgendwie merkwürdig, aber die haben mich jetzt nicht so genervt, wie andere Vereine so. Ja, das muss man jetzt schon sagen, war irgendwie eine andere Nummer. Aber cool, also ich bin mal gespannt, war aber doch auch ein guter Punkte-Lieferant, das ist ja immer schön gewesen. Genau, das war ja das Gute, ja, ich meine natürlich irgendwie, weiß ich ja, so komische, was haben sie, so ein Bob, Bob in dem Logo gehabt, könnte man auch immer meinen, wir spielen Fußball und kein Bob, was ist los mit euch, aber irgendwann hat er so einen Ball dann auch links hinten reingeklemmt. Ja gut, solange sie die Dinger dann auch links hinten gefangen haben, war das für mich in Ordnung. Da war es okay, ja. Ich war nie im Stadion, wart ihr denn mal im Stadion, in Unterhaching? Ich überlege gerade, gegen Unterhaching. Also in Unterhaching. Also in Unterhaching, meinst du, ja, ja, ja. In Unterhaching, nee, in Unterhaching war ich tatsächlich nie. Wir haben jetzt mittlerweile wieder ein relativ spannendes Konzept, wenn ich das so mitverfolgt habe, ist es ja so, dass, das ist ja, es ist nicht ein Aktienverein sogar jetzt gerade wieder, also ich glaube, dass die mittlerweile an der Börse sind, ich weiß nicht, ob es an der Börse ist, aber die haben jetzt zumindest ein anderes Konzept und da hat es der Manni Schwabel, der eine oder andere mag ihn kennen, hat das Konzept jetzt so zum Laufen gebracht, dass jetzt auch die Fans wieder mehr als Investoren tätig werden können und das scheint jetzt einigermaßen gut zu funktionieren. Ja, ich meine in der Tat da auch. Ja, die Provinz geht an die Börse. ich meine, das war doch jetzt mit Dortmund, der zweite Klub. Ja, irgendwie war das der, dass sie als Drittligist der zweite deutsche Fußballklub sind, der jetzt tatsächlich an die Börse geht und da war irgendwas mit Fanbeteiligungsgedöns, weil ich da auch gelesen zu haben. Siehst du mal, ich habe hier einen Zeitartikel, den packe ich mal in die Shownotes, könnt ihr mal durchlesen, ich habe selber erst entdeckt, das ist so rudimentäres Wissen, was sich dann irgendwie hervorkram, ohne es genau zu wissen, aber für alle Leute, die es interessiert, packen wir das in die Shownotes, dann könnt ihr mal reinlesen, das werde ich nämlich auch machen und dann geht es weiter. Genau, übrigens noch, weil wir gerade eben über den Trainer sprachen, Lorenz Günther Köster war Trainer bei Unterhaching vom 1.07.1994 bis zum 1.10.1997, also für 1188 Tage und dann nochmal vom 1.07.1998 bis zum 13.09.2001, also nochmal 1170 Tage. Ah, crazy, aber das dann auch nach einem Jahr wahrscheinlich. Genau, und auch Funfact, zwischendrin gab es einen Trainer, der war mal für vier Tage Trainer, nämlich vom 19.03.2007 bis zum 23.03.2007 und das war ein gewisser Ralf Hasenhüttl. Ah, was? Der war für vier Tage Trainer, wurde dann abgelöst von Werner Lorand und durfte dann später nochmal ran, also was das für eine Nummer war, weiß ich auch nicht. Also interimsmäßig wahrscheinlich. Ja, aber für vier Tage, dann holst er Lorand und dann schmeißt er ihn raus und dann Witter, ja, also, sieht so ein bisschen kurios aus hier in dem Ding, hat er in vier Tagen logischerweise auch kein einziges Spiel natürlich gemacht. Aber es ist halt crazy, Hasenhüttl von Unterharingen in die Premier League. Könnt ihr jetzt eine schöne Story draus machen, ja. Großartig, was die hier alles an Trainern haben. Ich glaube, das ist auch so eine Liste, die will ich mir bei der Eintracht lieber auch nie angucken, was wir da alles an Trainern hatten. Ja gut, mittlerweile geht es ja einigermaßen, aber es war schon schwierig. Jetzt, ja, aber das ist, das war jetzt vielleicht dann auch nicht immer so mega geil. Genau, aber damals wunderbarer Punktelieferant guter Start in die Saison mit einem satten 3-0 gegen Unterharingen in die Saison gestartet. Ich glaube, besser kann es nicht werden. War denn zu der Zeit auch der nächste Pokalgegner ausgelost worden? Also ich habe gesehen, wer es ist, also falls wir es beim letzten Mal noch nicht gesagt haben. Das haben wir beim letzten Mal nicht gesagt, aber wir müssen natürlich noch auflösen. Gut, dass du aufpasst, lieber Dennis. Das war nämlich ja eine Diskussion, die wir in der letzten Folge hatten, weil wir verwundert waren, warum die Eintracht in der zweiten Pokalrunde gestartet ist. Richtig. Nicht in der ersten. Und da haben wir natürlich ganz viele Kommentare bekommen. Es gab nämlich damals einmalig und nur in der Saison eine Sonderregelung, dass es extra lose gab, dass nämlich die Euro League Europa Pokal spielenden oder international spielenden Mannschaften die ersten zwei Pokalrunden aussetzen durften. Und deswegen gab es quasi diese Sonderkonstellation, dass in der ersten Runde nur die Unterklassigen gespielt haben, in der zweiten Runde dann die eben nicht internationalen Bundesliga Mannschaften hinzukamen und in der dritten dann die anderen. Das hat man aber tatsächlich auch wohl nur in dieser einen Saison gemacht, weil das natürlich auch so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge ist, ist das natürlich auch so ein bisschen kese. Auf jeden Fall. Gut, dass es abgeschafft wurde. Ja, definitiv, definitiv. Also wäre jetzt auch nicht mein Favorite in dem Ganzen gewesen. So, aber dann war jetzt die Frage, ob der Pokalgegner schon ausgelost wurde. Ich würde mal behaupten, ja, ohne das jetzt genau nachvollziehen zu können. Ich glaube, wir verraten ja nicht zu viel, wenn wir den benennen. Genau, wer war denn der Gegner in der zweiten Runde? Ich meine, wir hätten also in der dritten Runde, in der zweiten Runde war es ja, und wir haben dann gegen den FC Köln in Köln gespielt. Ach stimmt, das haben wir letztes Mal schon erwähnt und das ist auch ein spätes Spiel irgendwann so im Oktober die Richtung, von daher werden wir dann natürlich jetzt noch nicht das Ergebnis spoilern. richtig. Genau, von daher müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden, liebe Freunde des Rückblicks. Aber was wir an dieser Stelle schon mal tun können, wir können euch nämlich spoilern, wer der Gegner am zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison 99-2000 für die Eintracht war oder ist. Und jetzt ist es so ein bisschen schade, dass wir David jetzt nicht mehr dabei haben. Es ist nämlich der SC Freiburg in Freiburg und wie diese spannende Partie ausgeht, wer Tore schießt oder auch nicht und wer in der Startaufstellung ist, das, liebe Hörerinnen und Hörer, werdet ihr nächste Woche erfahren. Bam, bam. Bam, bam. Genau. So, und dann leiten wir jetzt so ein bisschen die Zielgerade ein, weil wir sind jetzt schon ein bisschen über unseren zeitlichen Rahmen drüber hinaus. Wir lassen aus diesem Grund... eine gute Tat der Woche. Kündige ich es nochmal ganz kurz an. Nur ganz kurz. weil du so lieb gefragt hast, dann machen wir jetzt hier noch ganz schnell eine gute Tat der Woche und dann geht es aber Richtung Ausgang, meine Damen und Herren. Also es folgt die gute Tat der Woche mit diesem Jingle. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist glaube ich das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, was du hier als gute Tat der Woche zu präsentieren hast. Ich wollte eigentlich nur das Jingle hören. Das ist meine gute Tat der Woche an euch. Nein, Spaß. Mir geht es im Endeffekt darum, das habe ich vergessen am Anfang zu thematisieren und zwar fand ich es eine mega coole Angelegenheit, dass die Eintrachtsspiele das Marco Rustrico am Ende des Spiels als Söhn-Fans gegen hingelegt haben. Ja, das ist natürlich das muss ich sagen. Ja, natürlich thematisieren wir meistens irgendwelche Fanaktionen, das haben wir in der letzten Wochen ja auch immer getan, aber ich finde, das ist auch eine Seite, die von den Eintrachtsspielern glaube ich auch aus natürlicher Hinsicht kommt. Also das ist nichts aufoktroyiertes, das ist nichts, was irgendwie vorgegeben wird, sondern das fühlen die und das ist ein geiles Ding, dass jemand wie Marco Rust, der sich jetzt schwerer verletzt hat, wir hätten hier theoretisch auch noch mal über eventuelle Nachverpflichtungen sprechen können, das können wir in den Folgenwochen vielleicht noch machen, jetzt nicht, aber ich fand es cool, dass die Spieler gezeigt haben, Marco, du bist jetzt scheiße verletzt, nervt wie Sau, schön, dass du, aber du bist trotzdem immer an unserer Seite und das finde ich einfach eine geile Sache, das ist meine gute Tat der Woche, ich glaube, das kam tief aus dem Mannschaftskern und das sind so kleine Zeichen, die man einfach sehr gut machen kann. Sehr cooles Sache, auf jeden Fall. Mega wichtig und man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, mit der schon vorhandenen Verletzungshistorie von einem Marco Rust und jetzt wieder diesem Ausfall für locker sechs Wochen, sechs Monate, es ist spät, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was kommt dann danach, also ja, er ist ein Kämpfer, das haben wir in der Vergangenheit eben durch die verschiedenen Verletzungen, die er schon hatte, festgestellt, aber irgendwann ist natürlich auch der Punkt gekommen, wo man sich überlegen muss, wie viel Sinn macht das jetzt noch, dann da nochmal in den aktiven Fußball mit Bundesliga-Niveau da jetzt irgendwie zurückzukommen, also das wird nochmal auch für ihn jetzt so ein spannendes Thema werden. Ja, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber ich glaube, wie es auch immer sein mag, er ist fest implementiert in der Alltagsfamilie und das merkt er und das haben auch die Fans, haben ja danach auch Marco Rust, Marco Rust gerufen. Das ist eine schöne Geschichte und ich glaube, man hat schon viel mit dem Rosa erlebt und das wird nicht sein letzter Aufschlag gewinnen. Nein, das definitiv nicht. Er ist immens wichtig für die Mannschaft, er ist immens wichtig für uns Fans, von daher schnelle und gute Besserung Marco Rust und eine geile Aktion der Mannschaftskameraden. Sehr gut. So, jetzt aber Ausgang? Ja, gerne. Jetzt aber Ausgang. Dann müssen wir natürlich noch auflösen, bevor wir hier das ganze Ding beenden, wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, an unserem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Ich sage es nochmal, wir verlosen zwei Exemplare, zwei des Eintracht-Saisonbuches aus der Saison 2018-2019 mit dem Titel Ein Jahr zum Verlieben. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht auf eintracht-podcast.de dort auf die aktuelle Folge, nämlich die 359-Sendungstitel, noch unbekannt an dieser Stelle und dort findet ihr eine Möglichkeit, eben an dieser Verlosung teilzunehmen, indem ihr Fan werdet unserer Facebook-Seite, indem ihr unserem Twitter Account folgt und indem ihr einen Tweet absetzt. Damit könnt ihr Punkte sammeln. Das ganze Ding läuft eine gute Woche, also bis kurz vor der neuen Folge in der kommenden Woche und dann werden wir live in der Sendung, so Gott will, die Gewinnerinnen Schrägstrich Gewinner der beiden Bücher ziehen. Also eigentlich relativ einfach. Ihr wisst, was zu tun ist. Jetzt ist die Sendung quasi auch rum und dann könnt ihr jetzt, wenn ihr dann gleich das Jingle, das Outro zu Ende gehört habt, das tun und an diesem Gewinnspiel teilnehmen und wir sagen nochmal vielen Dank an die Agentur, die uns das hier zur Verfügung gestellt hat. So, und ich sage jetzt danke, lieber Marvin, danke, lieber Dennis und nochmal in die Ferne danke, lieber David, dass ihr heute dabei wart. Wir wünschen euch allen da draußen eine wunderschöne Restwoche. Allen denen, die nach Straßburg fahren, eine wunderschöne Auswärtsfahrt, bringt Punkte mit. Lasst euch nicht das Portemonnaie klauen, lasst euch den Flammkuchen schmecken und dann ein schönes Fußballwochenende in der Bundesliga mit hoffentlich einem Punkt gegen Leipzig und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.